Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Frank Thelen zu Gast. Wir hatten schon einmal die Ehre, heute geht's weiter. Das Gespräch heute ist extrem interessant geworden. Wir unterhalten uns vor allem erstmal über die Rolle Deutschlands. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Wert, den Frank vermittelt, ist, dass Deutschland einfach ein Leitbild braucht, dass wir uns digitalisieren müssen, uns modernisieren müssen, weil ansonsten, wenn wir weit nur von den Polstern der Automobilbranche und Deutschlands Errungenschaften aus der Vergangenheit leben, sind wir bald gefickt. Darüber sprechen wir, das ist sehr interessant, aber abgesehen davon ist Frank von Höhle der Löwen, dann hat er sich weiterentwickelt, hat immer mehr Investmentdeals abgeschlossen beziehungsweise sehr früh in Startups investiert. Da sind auch wirklich teilweise sehr krasse Investments dabei rumgekommen, also es ist wirklich beachtlich. Auf der anderen Seite ist aber Frank auch keine unkontroverse Persönlichkeit, also in der Öffentlichkeit vielleicht mal das eine oder andere gesagt, ist ein sehr offener Kerl. Ich sage mal, auch sehr viele Aussagen stark kritisiert worden von ihm. Und werden wir darüber sprechen, ist Frank Thelen Deutschlands Elon Musk oder ist er Deutschlands Dieter Bullen? Dann könnt ihr euch vielleicht ein Bild machen über den Mann, das war ein sehr interessantes, sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch. Viel Spaß mit dem Podcast, ansonsten schreibt, ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare, ich werde es mir dann durchlesen, was so euer Eindruck ist und wie ihr das Ganze findet. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie offen und ehrlich das Gespräch war, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Frank zu unterhalten die letzten zwei Stunden. Freunde, kurze Werbung in eigener Sache, Nico und ich droppen heute um 19 Uhr unsere 13. Kollektion, Ola Cala CC. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Ganze anguckt, vielleicht gefällt euch auch was. Unten in der Beschreibung habt ihr Links zu dem Kollektionsvorstellungsvideo, was ich mit Nico gemacht habe, so Schulpräsentation wie immer. Dann noch habe ich einen längeren Talk gemacht mit Nico darüber. Die Kollektion wird langfristig verfügbar sein, heißt, wenn irgendwas sold out geht, dann werden wir es restocken, kann ein bisschen dauern, aber kommt vorbei heute 19 Uhr in den Shop und dann könnt ihr bequem euch die Sachen holen. Wenn es heute nicht passt, dann morgen. Wir sehen uns heute 19 Uhr. Vielen Dank für den Support, viel Spaß mit dem Podcast. Wir haben uns ja jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war ich bei dir in Bonn. War sehr cool, also war sehr, sehr angenehm. Seitdem hast du ja gesehen jetzt kurz, habe ich dir kurz erzählt, hat sich einiges getan hier, von neun auf über 40 Leute jetzt. Aber bei dir ja auch sehr viel. Also ich habe eher abgesehen, ich habe, Central war, glaube ich, auch nochmal so ein krasser Griff. Und ich wollte dich eigentlich fragen, also ich habe mir gestern, ich bin da so ein bisschen, womit gehe ich pennen und was sind so Gedanken, die ich mir persönlich mache. Ich bin ja hier in so einer Doppelrolle. Ich bin YouTuber, ich stehe in der Öffentlichkeit, dann muss ich aber auch noch gucken, wie gesagt, sind wir 40 Leute, dann hat der eine mal Kopfschmerzen, bei dem anderen ist vielleicht die Freundin nicht mehr so da. Dann hast du noch, du hast ja gesehen, wir machen super viel verschiedene Sachen. Und da ist man dann immer irgendwo auch in einer leitenden Rolle tätig und gleichzeitig versuche ich mich von dem operativen Geschäft zu entfernen, weil ich hasse das. Und wollte ich dich fragen, wie kriegst du das hin? Weil du bist in der Rolle eines Investors. Was macht ein Investor? Wie viel Austausch hast du mit den verschiedenen Menschen? Weil du kannst ja dann auch nicht irgendwie in 100 Teile teilen und mit jedem sprechen. Und ich glaube, Freigeist ist ja, also ihr seid ja mehrere Leute, aber die ist ja hauptsächlich mit dir assoziiert. Also wenn jemand bei GIN mit jemandem reden will, dann wollen die meistens mit mir reden. Und dann musst du immer so kurz den Blitzableiter machen. Ah, hier ist der Projektmanager oder hier ist es. Wie kriegst du das hin? Ja, also ich bin auch kein großer Freund von Operativen. Also jetzt, sag ich mal, Verträge im Detail verhandeln oder Putzen, was ja super wertvoll ist und auch super wichtig ist. Oder viele andere Dinge zum Beispiel auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, bei Mitarbeitern, was ja auch deren gutes Recht ist, die zu motivieren und zu überlegen. Hey, haben wir jetzt eine tolle Sommerparty? Welchen Career-Track machst du jetzt gerade? Welchen Titel bekommst du? Sondern ich bin einfach einer, der von Technologie begeistert ist und sagt, hey geil, die bauen Satelliten auf der Technologie. Lass mich bitte die nächste Chip-Generation mitentwickeln, also wo ich helfen kann und so. Und deswegen bin ich auch einfach schlechterin, im Operativen das zu machen. Wie machen wir das bei Freigeist? Da haben wir ja genau ein Team auch, also der Mark Sieberger bei uns ist COO, also Chief Operating Officer. Das Erste, was man sich holen sollte. Genau, vor allen Dingen auch, weil er einfach viel, viel besser als ich ist. Das ist auch, glaube ich, extrem wichtig. Und wir haben auch mittlerweile ein gutes Team auch an weiteren Partnern aufgebaut. Und das gibt mir auch dankenswerterweise die Freiheit, mich dann zum Beispiel um ein neues Produkt oder um ein neues Design. Bei Xentral, zum Beispiel habe ich Interim das Design geleitet. Das mache ich auch gerade bei BuildOne, das ist eine neue Software-Plattform. Und kann dann wirklich auch in die Themen reingehen. Ich habe für mich entschlossen, zumindest das nächste Mal, keine großen Teams mehr zu leiten. Weil damit kommt das, wie du gerade gesagt hast, der eine verliert die Freundin, was auch dann verstehe ich, dass da eine Diplomitis oder der eine ist krank, der andere hat dieses Thema und das ist auch alles wichtig. Das ist wichtig, du musst dich um Menschen kümmern. Genau, du musst dich um Menschen kümmern. Und da, ich glaube, jeder sollte versuchen zu sagen, wo ist er wirklich stark drin und da bin ich nicht stark drin. Also ich mag Menschen und ich mag jetzt auch unseren persönlichen Kontakt und ich finde es sehr schön, dass wir keine Videokonferenz haben, sondern dass wir beide hier gegenüber sitzen. Und ich liebe Menschen und ich spreche auch gerne intensiv. Aber ist es meine Stärke jetzt zu sagen, hier sind 100 Leute und ich baue diese Organisation auf. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch für unsere Startups. Und darin bin ich einfach nicht gut. Deswegen, Freigeist ist ein kleineres Team. Und die Themen, die dann operativ anfallen, die werden weitestgehend von anderen Leuten sehr gut übernommen. Und ich habe glücklicherweise die Freiheit, mich dann auf ein neues Produkt. Ich mache auch mal gerne Vertrieb und so. Das mache ich auch alles gerne. Aber ich sage nicht, ich muss quasi immer sorgen, dass alle morgens pünktlich ins Büro kommen. Ja, ja, dass ich die schlimmste Arbeit mache. Genau. Also das gibt es bei uns glücklicherweise nicht. Ja, nee, das ist, ich finde das spannend, weil ich glaube, so in einer anfänglichen Unternehmerkarriere kann das einen sich sehr schlecht fühlen lassen. Weil man ja so Mädchen ist für alles. Also du fängst ja ganz am Anfang an, dann musst du Buchhaltung machen, dann musst du auch noch irgendwie das Coole machen. Und dann Toilettenpapier. Toilettenpapier, genau. Alles. Toiletten putzen. Das mache ich heute immer noch, wenn hier einer von euch das vergisst. Ihr muss sauber sein, Mensch. Und was ich da so selber gemerkt habe, ist, wenn du dann so Sachen hast, auf die du keine Lust hast, beziehungsweise die dich hemmen. Keine Ahnung, zum Beispiel bei mir ist das Buchhaltung. Wenn ich dann diesen Stapel sehe, und ich so, oh, in Deutschland bist du ja direkt mit einem Bein im Knast. Aber du hast keine Lust, das zu tun. Du musst das aber tun. Und dann lebst du ein bisschen auch mit einer kaputten Psyche und kannst ja eigentlich nicht mehr von dem tun, was du eigentlich tun möchtest. Und hier finde ich es ganz spannend. Also da fand ich auch deine, sag ich mal, deine Stands zu Deutschland als Bürokratie, zu Deutschland generell, auch zu der Mentalität in Deutschland, die herrscht, sehr interessant. Weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich immer habe. Ob hier Leute kommen, die mal bei Corporate gearbeitet haben. Also Leute kommen ja dann gerne her und sagen, ich hätte gerne ein sicheres Nest. Die kommen ja nicht rein und sagen, ey, mein Mindset ist, wie kann ich was Krasses machen? Wie kann ich Spaß haben auf der Arbeit und was Verrücktes machen, was Neues machen, was wirklich Wert schafft? Sondern wie kann ich so unterm Radar fliegen, dass ich keinen Scheiß baue und nicht gefeuert werde? Und hier finde ich es ganz entspannt, wenn du darüber sprichst, ob in Talkshows oder, ich meine, da gibt es ja auch Gegenwind und so. Aber das finde ich bewundernswert an dir und deswegen ist auch so, glaube ich, meine, denke ich, dass du hier bist, wo du bist. Du bist ja auch der erfolgreichste Influencer auf LinkedIn, lustigerweise, obwohl du auch Investor bist. Auch eine interessante Doppelfunktion. Und finde ich hier spannend zu gucken, was heißt denn das eigentlich für Deutschland? Was passiert, wenn die Automobilindustrie und die fetten Polster, die sie hinterlassen haben, aufschmelzen? Ich will dir was Schlimmes erzählen. Ich habe eine Show auf Vox gemacht, die hieß Der Vertretungslehrer. Zum Beispiel auch mit Wladimir Klitschko, der auch dabei war. Ein sehr angenehmer Kerl, by the way. Sehr, sehr kluger und angenehmer. Ich bin einmal kennengelernt, sehr, 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 sehr netter Typ. So, und dann was habe ich versucht, der Klasse, die gerade Abitur gemacht hat, beizubringen? Nämlich, dass sie jetzt an dem Punkt sind, das erste Mal in ihrem Leben, wo sie Abitur haben, wo sie selber bestimmen können. Du wirst geboren in Stuttgart oder auch in einem schwierigen Viertel in China oder in Afrika oder es gibt ja auch schöne Gegenden, aber es gibt auch in Deutschland sicherlich bei uns herausfordernde Ecken. Also entweder, da kannst du ja nichts dafür. Die Geburtenlotterie. Genau, die Geburtenlotterie. Entweder bist du ja in München in einem tollen Schloss sozusagen oder du bist halt in einer sehr, sehr schwierigen Situation geboren. So, und danach gehen die Eltern in und sagen, das ist dein Kindergarten, damit eigentlich auch dein Freundeskreis, weil aus deinem Kindergarten, Schule und so weiter oder den Eltern. Und du bist einfach da drin. Und beim Abitur ist das erste Mal der Punkt, wo du sagen kannst, jetzt denke ich frei. Klar hast du noch kein Geld wahrscheinlich, aber du kannst ja auch sagen, hey, ich mache jetzt einen Surfshop auf. Oder, was ja die allermeisten machen, ich mache das, was meine Eltern gemacht haben. Also mein Vater ist Anwalt, mein Vater ist Zahnarzt, mein Vater ist bei Siemens oder der Deutschen Telekom. Das will ich gerne auch machen. Oder vielleicht einen Tick mehr, deswegen mein Vater konnte nicht studieren, deswegen studiere ich noch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hier ist eine Kreditkarte, da kommen jeden Monat, ich weiß nicht mehr, 10.000, 20.000 Euro drauf und habe die verteilt, die gegeben an die Schüler und gesagt, die kannst du haben dein Leben lang. Was machst du jetzt mit deinem Leben? Um einfach zu sagen, dieses Thema Geld ist einfach mal weg. Was willst du eigentlich wirklich machen? Und dann wollten die auf einmal völlig andere Leben leben, als sie eigentlich geplant haben. Weil als ich vorher gefragt habe, wie wichtig ist für dich Sicherheit, haben 80% gesagt, Sicherheit im Einkommen ist das Allerwichtigste. Und überleg mal, wenn du gescheitert bist, du musst dein Haus abbezahlen, du hast Kinder, verstehe ich das alles. Aber das sind 18, 17-jährige Leute, die ins Leben starten. Die müssten doch sagen, ich baue ein neues Surfboard, ich baue eine Rakete. Weißt du, das ist schon krass in Deutschland, wie sehr da Sicherheit nach vorne ist und eigentlich muss jeder, vielleicht wollen es auch deine Zuhörer, Zuhörerin, vielleicht einfach mal gedanklich diese Kreditkarte in die Hand nehmen. Nämlich dazu sagen, das Geld ist jetzt kein Problem. Was willst du eigentlich machen? Und danach erst danach überlegen, wie kann ich den Scheiß eigentlich finanzieren? Ich finde das ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Ich habe gestern mit dem Mann, der mit mir die Geschäftsführung macht, genau deswegen gesprochen, das ist auch so mein Mentor, also ist älter als ich, und habe ihm auch gesagt, ey, guck mal, für mich fühlt es sich jedes Mal an wie alles oder nichts. Also klar, auf dem Papier, du weißt, wie das ist, du könntest jetzt irgendwelche Anteile liquidieren oder so, aber das willst du nicht, du identifizierst dich mit dem Laden, du sagst, ey, alles oder nichts, wir gehen da durch oder halt nicht. Und es ist auch dann gar nicht so einfach, diese Anteile zu liquidieren. Es ist ja genau wie du sagst, dieses Paper Money, also man hat das, aber wer soll das wie kaufen, weil dann sagen die anderen, ja, du darfst gar nicht verkaufen, weil es ist gar nicht so einfach. Genau, also Paper Money ist Excel-Geld, das ist nichts wert, also nichts wert, aber du weißt, was ich meine. Das ist was wert, aber keine Liquidität wert. Genau. Und da habe ich, also das ist ja, glaube ich, so die Schattenseite von diesem hochriskanten Denken, also ich bin ja, du hast ja gesehen, ich bin sehr riskant in dem, was wir machen, also ich bin da, alles geht wieder rein, alles wird wieder reinvestiert, von Anfang an, damit auch mehrmals auf die Fresse gefallen, aber da gehst du pennen mit einer Angst, weil ich habe jedes Mal das Gefühl, okay, alles oder nichts. Also ich muss ja auch, Zeit ist ja auch ein Faktor. Die Weltwirtschaft spielt hier nicht in die Karten. Jede Woche kriege ich neue Rohstoffpreise, jede Woche kriege ich neue Preise aus Fabriken, bestelle jetzt, dann mein Design-Team sagt, hey, wir haben noch nichts Fertiges, der Einkäufer sagt, kauf jetzt ein, nächste Woche haben wir kein Geld mehr, wenn das so weitergeht. Und dann gehst du pennen und du denkst dir, hm, jetzt ist alles kacke, wenn das jetzt auf die Fresse fliegt, dann habe ich eine schöne Zeit gehabt, aber ich habe nichts in der Tasche. Ja. So. Absolut. Und ich glaube, dieses Kreditkart zum Beispiel, das ist übrigens Unternehmertum. Ja. Und du bist Unternehmer. Ja. Das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst, weil die sehen dich natürlich auch als Erfolgsperson, aber du bist Unternehmer, weil du im Risiko bist. Weil es kann sein, dass wenn morgen die Rohstoffpreise noch mehr hochgehen, dass du einfach gar nichts mehr hast zum Beispiel. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen, ich bin Mitarbeiter, was auch super wertvoll ist und gut ist, versus ich bin Unternehmer. Ich setze jeden Tag alles auf diese Karte und ich gehe da mit großem Risiko durch. Und deswegen bist du Herzblut Unternehmer und das unterscheidet einen zum Beispiel von einem eingesetzten Manager. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen gehst du manchmal auch mit etwas Sorgen schlafen und der, oder auch vielen, aber der Vorstand von Siemens tut es weniger. Der weiß, die Drehtür geht auf, wenn Siemens untergeht. Nein, der weiß, Siemens hat unendlich erstmal für die nächsten 5, 6 Jahre, Gehen die nicht unter? Gehen die nicht unter? Sein Gehalt ist oder so gesichert und er verdient halt, das kann man ja hoffentlich nachgucken, wahrscheinlich 4 Millionen, 5 Millionen, ich weiß nicht, was der Siemens Vorstand verdient. Und deswegen kann er trotzdem ein toller Mensch sein und er kann tolle Dinge umsetzen, aber er wird niemals Unternehmer sein. Er wird niemals in diesem Risiko stecken. Und das ist der, das ist ein ganz großer Unterschied. Hier, weil hier nämlich, wieso ich das jetzt gesagt habe, finde ich, gibt es so zwei, gibt es so eine ganz wichtige Gabelung und nicht, dass ich dir das vorwerfe, aber in Deutschland jetzt in der letzten Zeit ist ja dieses, ich nenne es mal dieses Hustlertum, diese Selbstständigkeit, das ist ja, das rückt ja quasi auch so ein bisschen in den kulturellen Fokus, dass wir sagen, ey, hart arbeiten, selbstständig, geh das Risiko ein, also so ein bisschen dieses neue Narrativ, früher warst du der Kämpfer, der Krieger, wie auch immer, jetzt ist es, sei Unternehmer. Und es gibt ja auch Menschen, für die ist das nichts, die wollen nicht mit dieser Art von Sorge schlafen gehen und ich verstehe es auch. Total. Ich habe keine Zeit für meine Freundin, ich habe keine Zeit, ich habe für nichts Zeit, also ich, wirklich, für nichts, ich habe zwei Jahre jetzt meine Freundin nicht gesehen, also Freunde, ich habe die zwei Jahre nicht gesehen. Das ist auch nichts, was ich einem normalen Menschen empfehlen würde. Absolut, ja. Ja, ja, nein, also ja, genau, man sollte sich genau das bewusst machen, will ich das machen und es wird alles andere zur Priorität B, dann ist es... Du kennst auch viele Leute, die so tun, als wenn sie Geschäftsleute, die irgendeinen Komplex haben und kommen, sich anziehen mit einem Anzug da reinkommen, BWL studiert haben, weil sie meinen, BWL macht jetzt aus ihnen tolle Manager und sie wollen jetzt Geld verdienen und sie wollen Statussymbole haben und so weiter und so fort. So, wieso ich zum Beispiel diese App mache und ich sage, wir schmeißen alles Geld, was ich da habe, da rein, beziehungsweise wir, weil ich weiß, was das für einen Schaden mit einem Menschen anstellen kann, wenn du so ein Problem hast. Ja. Also, das ist das, verstehst du? Also, ich habe fast, ich habe nicht sitzen können zwei Jahre und ich hatte Schmerzen, wollte mich umbringen. So, das ist ein anderer Antrieb. Ja. Und wenn du so, ich weiß nicht, was bei dir da diese Erfahrungen gewesen sind, ich meine, du hast das auch, ich sage mal, die Insolvenz ganz am Anfang, als du diese Linux-basierten Router gemacht hast, also kann ich mir auch vorstellen, da penst du nicht gut und da kommen Leute und die wollen Geld und das macht was mit deinem Kopf. Du sagst dann, ich will nie, also ich zumindest, auch hier, wir hatten auch, einmal wurde ich um sehr viel Geld betrogen, das zweite Mal waren wir fast insolvent, da auch jemand, den hier gemacht hat und ich ein bisschen naiv und gutgläubig war, ich habe mir gesagt, ich will nie wieder in diese Situation kommen, ich will nie wieder, dass andere Leute Angst haben um ihren Job, ich will nie wieder, ich will einfach nie wieder verlieren. Ja. Du, ich glaube, das ist ja andererseits Unternehmertums, viele sagen natürlich nachher, wenn man Erfolg hat, ey, das ist aber cool, ja, aber der Weg dahin war, für jeden Unternehmer, den ich bis jetzt gekannt habe, ist die Hölle. Ist die Hölle. Ist wirklich die Hölle. Ja, ist, also ich will es auch gar nicht sagen, ich will gar nicht für mein Leben jetzt sagen, ich armer Frank, aber genau das, ich hatte halt eben keinen Urlaub oder so, aber ich wollte auch gar keinen Urlaub, weil ich habe einfach programmiert und ich fand das mega und es ist auch alles total super gewesen. Und, aber das muss man sich bewusst machen. Willst du das tun? Willst du halt eben sagen, ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund, ich hoffe, er ist noch mein Freund, Christian Kühlem, der, der mit dem Skateboard fahren will und so weiter und wir sehen uns vielleicht alle zwei, drei Jahre einmal, weil, weil einfach genau, weil das eben, du hast halt immer eine andere Priorität. Du musst halt gerade irgendwie, hast einen China-Launch, du hast irgendwie ein Problem, das dein CTO gekündigt hat und den musst du ersetzen oder ich, brauchst dir nicht zu erzählen. Ungeplanten Sachen. Irgendwas. Du bist immer ständig im, 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 im Firefighting und ja, da musst du halt einfach, dieser Weg dahin zum Erfolg, der ist super steinig und es gibt, das sehen wir bei unseren Investments, ich will es nicht nur auf BWLer beziehen, aber es sind öfters BWLer, weil die ja auch keinen technischen oder ein Produkt in den Grund haben. Da siehst du ganz genau, die bauen das Unternehmen auf, um damit reich zu werden. Die haben ganz klar dieses, this is the total addressable market, das ist, der ist underserved, das ist irgendwie, deswegen kann ich das so und so zusammenbauen, dann habe ich folgende Profit und das ist meine Customer Acquisition Cost und du kennst die ganzen Themen. Also so baue ich quasi meine Excel-Tabelle auf und sage, okay, ich verkaufe jetzt veganes Hundefutter und das kannst du aus zwei Wegen machen. Das eine ist, weil du jemand bist, der wo selber der Hund gelitten hat, du hast selber das Know-how, was eigentlich wie der Darmtrakt, was ich nicht habe vom Hund funktioniert und sagt, ich glaube, viele Hunde sollten vegan ernährt werden. Ja. Du hast den anderen BWLer, es gibt auch sehr gute BWLer, aber in dem Fall jetzt mal den negativen BWLer, der sagt, pass auf, das ist ein Markt, es muss mehr vegan, also ich kann das billig da einkaufen, so kriege ich das hin, das ist meine Marge. Und das sind halt Unternehmertypen, mit denen wir nie pauschal zusammenarbeiten, sondern unsere Unternehmer müssen immer vom Produkt kommen, immer von der Technologie kommen. Schau dir an, Linium Aviation, das ist ein Team aus München, die bauen einen elektrisch vertikal startenlandenden Jet mit keiner Emission, bei 100% elektrisch. Da war gar kein BWLer im Team. Die wussten gar nicht, wie sie überhaupt dieses Flugzeug verkaufen sollten. Aber die wollten halt dieses Flugzeug bauen. Und die haben einfach angefangen, eigentlich on a fucking Suicide Mission, haben Geld von allen geliehen, haben den Prototypen immer größer gebaut, aber da war eben, und das ist viel eher, was wir gut finden. Und der Todesmarsch. Ja, genau, den Todesmarsch finden wir gut. Heutzutage versuchen wir natürlich mit mitprofessionellen, guten Wirtschaftsköpfen dann auch zu sagen, okay, wie viel Geld braucht ihr eigentlich, bis das Flugzeug so groß ist? Ich würde ohne BWLer nicht fertig werden. Ja, ja, genau. Ich würde, der Proto ist nicht gut genug, lass noch einen machen, noch ein Feature, noch ein dies, noch ein so, so. Genau. Ich würde deine Schönheit sterben, ohne die. Genau. Das muss die Mischung sein, aber was wir grundsätzlich von der DNA her wollen, sind Leute, die halt von, von einem Produkt, von der Verdauung, von einem Hund kommen, oder was immer, und halt nicht sagen, guck mal, da ist ein großer Markt, ich habe zwar gar keine Ahnung davon, aber den will ich jetzt angehen und das ist der Weg dahinter. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ich, also, weil ich will bei diesem Abi-Ding quasi weitermachen, weil du sagst im Endeffekt, bleib deinen Leidenschaften treu. Wenn du wirklich, weil so entsteht ja auch eine Idee und diese Freiheit zu haben, weil ich will nur, ich will zwei Sachen nicht, Frank. Also ich will einerseits nicht, dass Leute sich schlecht fühlen, wenn sie sagen, ich habe keine Lust, Unternehmer zu werden, weil ich das wirklich nachvollziehen kann, dass man kein Unternehmer werden will, aber dass dann auf einmal in der Öffentlichkeit jeder den Unternehmer mimt, du weißt ja, wie das ist, Leute, warum kaufen Leute teure Klamotten, warum kaufen Leute teure Uhren, das ist ja im Endeffekt nur ein Balztanz, um zu signalisieren, ich habe Geld und ich inszeniere mich als etwas, was ich nicht bin, was ich schade finde, was aber wiederum bei den Leuten, die das nicht haben, einen Leidensdruck verursacht, ja, weil die dann, was ist falsch mit mir so, ich will doch, ist das nicht genug so, ich will doch einfach nur ein ganz normales Leben führen, und auch einen Job haben und ich meine, auf der anderen Seite, ein guter Unternehmer wirst du am Ende des Tages, also ab einer gewissen Größenordnung, brauchst du immer ein Team und das ist viel wichtiger als du selbst, weil die Organisation so bauen muss und das ist ganz schlimm, also auch ganz schlimm für mein Ego, ich glaube, das ist für jeden Menschen ganz schlimm, dass die auch ohne mich funktioniert, erst dann hast du ein gutes Unternehmen gebaut und auf der anderen Seite sich im Kopf freizumachen und dieses Kreditkartenbeispiel, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, zu sagen, was will ich eigentlich wirklich, wenn alle gesellschaftlichen Zwänge, diese unsichtbaren, ich die sichtbar mache und weghau. Du musst sehen, die Gesellschaft hat einen Vorteil, wenn du funktionierst, weil der Vater will dir seine Zahnarztpraxis übergeben, ich glaube sogar im Guten, aber er will das, die wollen, dass du Abitur machst, mein Sohn, meine Tochter, dass du dann das und das machst und ich glaube, das ist alles immer im Guten, weil sie einfach daherkommen und sagen, das ist dieser Weg, den man geht und dann wird man Abteilungsleiter und dann kriegst du ein Haus und dann kriegst du Kinder und worum es noch viel mehr geht ist und was halt schwierig ist, weil es unkonform ist und weil man nicht weiß, welcher Weg das ist, was willst du eigentlich in deinem Leben und das kann ja auch genau der richtige Weg sein, weil du willst Zahnarzt werden, du willst ein Reihenhaus haben und du willst Kinder haben, das mag ja auch dein Lebenstraum sein, aber oftmals ist es das nicht, sondern oftmals wolltest du eigentlich der beste Gitarrenspieler auf der Welt werden oder du wolltest halt Surfprofi werden oder du wolltest, ich weiß nicht was werden und ich bin, auch weil ich in diesem anderen System gescheitert bin, ich habe ja kein Abitur gemacht, auch nicht geschafft und bin da rausgespuckt worden aus diesem normalen System und das war natürlich auch für meine Eltern nicht einfach, aber dadurch hatte ich dann vielleicht auch die Freiheit, meinen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, weißt du was, ich baue jetzt halt Software und was alle gesagt haben, damals war das noch relativ crazy, weil kamen gerade CD-ROMs und so und ich glaube mehr, ich will halt, dass mehr Leute einmal mehr darüber nachdenken, gibt es auch einen anderen Weg und ich will die da gar nicht hin zwingen, aber ich will sagen, per Default werdet ihr in diesen, ich mache mal ein BWL-Studium, übernehme die Anwaltskanzlei. So, jetzt kommst du aus Fließband, der Automatismus beginnt. Du sitzt zwölf Stunden im Meetingraum, wir alle und das mag auch fein sein, aber ich möchte einmal, bitte denk darüber nach, ist es dein Leben und was wir glaube ich alle zu sehr sehen, ist dieses täglich grüßt das Murmeltier, wir stehen halt auf, wir machen so ein Kram und du lebst von Tag zu Tag, aber du denkst ja nie nach, was will ich eigentlich wirklich machen. Ja, diese Reflexion fehlt, diese Reflexion fehlt tatsächlich. Ich habe hier eine Frage, Frank, das ist nämlich, also wegen der Schule. Du hast ja Realschule gemacht, hast kein Gymnasium gemacht und hast auch nicht studiert, du wolltest ja Informatik, hast ja glaube ich kurz gemacht und dann... Ja, an der FH nach einem Fachabi. Genau. Und das soll nicht frech klingen, aber fickt das manchmal ein bisschen den Kopf, weil du sitzt jetzt da mit hochintelligenten Leuten, die, die, die... Nein, also ich meine, es ist ja nicht anders. Also ich habe hier jetzt auch Leute, die promovieren oder promoviert haben und was soll ich dem jetzt erzählen, weißt du? Ja. Aber irgendwie merkst du dann doch diese Rolle des Generalisten, in der ich mich sehe. Ja. Dass ich mich dann auch einlesen kann in diese Themen, dass ich, ich sage mal, ich weiß sehr wenig über sehr viel. Ja. Und kann das vernetzen und verknüpfen und so ein paar unsichtbare Dinge, die diese Leute so manchmal nicht sehen, wo ich mir so denke, hey, wie kannst du so schlau sein, aber so ein Fachidiot manchmal. Ja. Und so gar nicht, also die Lösung ist vor dir, Alter. Und hier frage ich mich, weil hier gab es einmal diesen, diesen, ich weiß nicht, ob das von dir stammt oder ob das von jemand anders war, da gab es quasi dieses Ding, Frank Thielen wird in Deutschland wahrgenommen als der deutsche Elon Musk, aber in der Venture-Capital-Szene als der deutsche Dieter Bohlen. Ja. Dann mit Leuten, ob es ein Harald Lesch ist, der das dann kritisiert, dass Kernfusion noch nicht da ist, aber ist ja jetzt neulich, haben die das ja hinbekommen im Ding. Ja, genau. Also Funfact. Ja, ja, es ist, ja. Und ich verstehe den Mann, also, ne? Ja, und das ist für mich natürlich, ja, ja, es ist für mich ein Problem. Du diskutierst mit zahlreichen Experten, die nichts anderes machen, also du diskutierst mit einem Professor, der Physiker ist an der LMU. Ja. Nicht LMU, aber in München halt, ne? Ich weiß nicht, wo der da Professor ist. Dann, die Maja Göpel ist Professorin für, das macht die Transformationsforschung, so hochintelligente Frau. Dann daneben ein Richard David Precht, das sind alles hochintelligente Menschen und du sitzt in dieser Talkshow und jetzt bist du der, ich sag mal, du verfechtest, bist der Verfechter von Digitalisierung und Co. und der Modernisierung der Welt und dann hast du hochintelligente Leute, die alle Kontra geben. Ja. Ja, es ist ein Problem und ich fühle mich immer als Underdog und irgendwie, du hast ja auch keinen gradlinigen Lebenslauf, du bist ja nicht in einem großen Schloss groß geworden und so weiter. Und auch heute noch fühle ich mich einfach als Underdog, weil ich habe eben kein abgeschlossenes Studium, ich habe keinen Doktortitel, ich habe schon gar keine Professur und auch oftmals mangelnde Allgemeinbildung. Das ist einfach so. Ich bin halt in meiner Jugend bin ich halt gerne Skateboard gefahren und viel Skateboard gefahren. Und andere haben halt gelernt, wenn ich jetzt politisch zum Beispiel, was ist eigentlich in Russland, Ukraine, was ist da wirklich passiert mit allen, wann war wer, wo, hatte welche Interessen und so, da bin ich einfach nicht gut. Also ich habe mich da auch eingelesen, aber da bin ich nicht gut. Und jetzt sitzt du da und du sprichst mit klugen Köpfen, die sagen, Fusionsenergie ist möglich. Du siehst, dass auch Atomenergie ist sinnvoll und an der neuen Form möglich. Das sind zwei verschiedene Konzepte, aber das Ergebnis ist, dass man auf sehr engem Raum sehr viel Energie generiert. Und diese ganzen Bill-Gates-Dokus reingezogen dazu. Genau. Bill Gates ist ja auf der Kernfunktion, also Atomenergie, seitdem hat die sogenannte Atomenergie 4.0 entwickelt, wo eigentlich kein wenig Gefahren sind. Das hat gerade auch Elon Musk in den letzten Tagen nochmal sehr klar definiert. Also du kommst aus einer Tech-Welt, du siehst Bill Gates investiert da massiv. Elon Musk, für mich, sorry, aktuell der klügste Kopf auf der Welt, sagt, wir müssen Atomenergie wieder hochfahren. Du siehst herausragende Köpfe, wie Tencent zum Beispiel, ist einer der klügsten oder vielleicht der klügste Tech-Investor auf der Welt, investiert massiv in Fusionsenergie. Du siehst, dass junge, neue Physiker nachkommen. Und ja, auch in meinem Podcast habe ich ja auch ein Team gehabt, die auch wieder sogar mit deutschfinanziertem Geld an Fusionsenergie arbeiten und sagen, wir werden das schaffen in den nächsten Jahren. Und dann sitzt du bei Markus Lanz und hast einen Oldschool-Physiker, der eigentlich Astrophysiker ist, der der Erklärbär war. Für viele Jahrzehnte und den Leuten das erklärt hat. Vielleicht Videos, die hätte ich mir auch mal anschauen sollen, weil ich habe keine Ahnung von Astrophysik. Aber er ist in seinem alten Denken gefangen. Er hat halt das früher mal versucht und er hat irgendwie abgespeichert. Das geht nicht. Fusionsenergie ist Blödsinn. Und jetzt kommen die Dinge aber zusammen, weil auf einmal ist deutlich mehr Kapital da. Wir haben neue Software-Plattformen, wir haben Quantencomputer, wir haben künstliche Intelligenz, die helfen, neue Fusionswege zu finden. Und das wurde ja danach, nach dieser Talkshow, auch wieder sehr klar dokumentiert, indem zum Beispiel leider mal wieder China einen sehr, sehr großen Erfolg announced hat. Zwei Wochen später kam auch Google mit einem sehr großen Institut Kooperationen. Die Erkennen haben gesagt, wir sind auch deutlich weitergekommen durch die Verbindung von unserer KI-Engine und so weiter. Aber ja, dann sitze ich da. Ich bin der kleine Frank. Ich habe keine Professur, keinen Doktortitel. Und dann hat Deutschland Spaß, darauf zu sagen, ha, ha, dieser Träumer wieder. Der, weißt du, der ist ja total inkompetent. Der labert ja alles nach, was seine Silicon Valley-Vorbilder da plappern. Aber der checkt das nicht. Das stimmt aber nicht. Ich habe mittlerweile eigene Physiker in meinem Team. Und wir tauschen uns wirklich mit herausragenden Köpfen aus, die glücklicherweise mit uns sprechen. Sondern es gibt da in dieser Community der Doktor, Professoren und so weiter, Hardcore-Physiker, Chemiker, Biologen, verschiedene Meinungen. Natürlich. Aber ich bin da ein bisschen schwierig aufgestellt, weil ich halt nicht hinter mir sagen kann, ja, ich bin von der TU München und meine Professur so und so. Sondern ich bin halt, hey, du, ich bin der Frank. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich arbeite seit 20 Jahren daran. Wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall auf. Ich habe ein Team unterstützt, habe ich nicht aufgebaut, sondern unterstützt, dass ein elektrisch fliegendes Flugzeug gebaut hat. Wir sind in eine Hyperloop investiert. Und ich tausche mich den ganzen Tag mit den klügsten Köpfen ein, setze da mein Kapital ein. Und das ist halt eben nicht so, dass das dann sagt, Haken dran, der weiß, wovon er spricht. Sondern das ist halt eben in Deutschland noch mehr, der hat keinen Doktortitel. Wie soll der einschätzen, ob wir für Fusionsenergie funktionieren oder ob Atomenergie sinnvoll ist? Nee, also das ist definitiv ein sehr schmaler Grad. Ich meine, Elon Musk wurde lange belächelt für alles, was er getan hat. Und es hat alles für, also man hat immer gesagt, das ist unmöglich. Als ich diese Idee hatte mit dem Algorithmieren dieser ganzen Trainingsgeschichten und der Bilderkennungssysteme und Co., habe ich auch mit Profs gesprochen, die ich gefragt habe, ob sie das System validieren wollen und prüfen wollen, ob das Sinn macht, also von der Berechnung, die wir aufgestellt haben. Und dann haben wir auch gesagt, Jungs, probiert es gar nicht erst. Das funktioniert nicht. Und ich habe beharrt, Elon Musk hat mal, es gibt einen wirklich krassen Clip, Elon Musk hat ja SpaceX gegründet, weil er sagt, wir wollen wieder so. Und dann hat ein Reporter von einem sehr großen Fernsehner gesagt, weißt du was, deine Helden, Neil Armstrong und so weiter und alle... Die feiern dich nicht. Ja, die feiern, genau. Du kennst den Clip und dann hat er geweint, weil wirklich... Ich gucke mir das manchmal an, diese Motivationsvideos, ich feiere die. Ja, das ist manchmal so, als würde mir, für mich ist Elon Musk mein Held und ich weiß, das finden manche blöd, aber ich muss einfach sagen, ich glaube, was er liefert und was er baut. Wenn mir jetzt Elon Musk sagen würde... Schön Vorbilder zu haben. Weißt du was, Frank? Halt mal besser die Klappe und investier mal nicht in dieses Flugzeug und das ist blöd und das ist blöd. Weißt du was? Geh irgendwie und mach da Keynotes oder so, Motivationssprüche, aber hör auf, irgendwie in Technologie zu investieren und versuchen da in Europa was aufzubauen. Das ist echt scheiße, was du da machst. Du kannst gar nichts. Das würde mich ernsthaft fertig machen, wenn so ein kluger Kopf das sagen würde. Und das ist ja ihm passiert an vielen Stellen, wo wirklich sehr angesehene Leute ihn runtergemacht haben und trotzdem sie hat er weitergemacht. Ich glaube auch, dass ein Harald Lesch ein sehr intelligenter Mann ist. Ich glaube einfach nur, dieses Mindset ist ein anderes und ich verstehe, dass du das kritisierst. Ich glaube, es ist gut, solche Leute zu haben. Also ich zum Beispiel, ich bin dir da ähnlich, ich bin ein sehr enthusiastischer Kerl und ich bin, das, was ich mir vorstellen kann, das denke ich, kann ich auch tun. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Mama halblang, Junge. Das haben viele vor dir auch gedacht. Und dieses Umsetzen von diesen Sachen, ich meine, brauchst du nicht erzählen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr, sehr hartnäckig und bist du noch das, also das, glaube ich, das, was er meint, von Grundlagenforschung und Forschung bis in Kommerzialisierung und Industrialisierung gehst von einem Produkt, ist ein riesengroßer Schritt, den ich mir auch immer kleiner wünsche, als er ist. Aber was ich da schade finde, ist, und da bin ich bei dir, zu sagen, Kernfusion ist ultra schwierig, aber lass uns doch einen Weg finden, wie wir es hinkriegen. Auch wenn es unmöglich erscheint. Also so dieses, dieses Unmögliche möglich machen. Das, das, das ist ja das, was es lebenswert macht auch irgendwo. Ja. Ja, also für mich persönlich, Ja. Wenn ich bei allem sagen würde, ja, das geht aus dem Grund nicht und ich dann nur irgendwie mit dem, das ist ja scheiße. Ja. Das ist scheiße. Ich glaube, wir sollten wieder diesen Pioniergeist haben, wo wir sagen, wir wollen auf anderen Planeten gehen, wir wollen irgendwie anders reisen, wir wollen irgendwie die Energieprobleme lösen, weil witzigerweise hat jetzt Habeck gesagt, wir müssen jetzt endlich das Energiesystem in Deutschland mit Tesla Speed, hat er gesagt, umbauen. Also auf einmal wird es dann ein Vorbild, weil das ist ja auch nicht so, als würden die Leute sagen, Frank, mit deiner Atomenergie oder der Fusionsenergie da zu investieren, das ist alles Blödsinn, ist ja auch nicht so, als hätten die die grüne Energie jetzt wirklich gerockt. Wir haben bis heute keinen Speicher in unserem Netz. Wir haben keinen relevanten Speicher in unserem Netz. Wir haben einen Speicher investiert, wir könnten den liefern, sehr umweltfreundlich. Aber, also deswegen war mir so ein bisschen, ja, das ist alles blöd, was du da erzählst, also, aber wir machen jetzt alles grün, ja, aber wann macht ihr das denn grün und wie? Und jetzt genau sitzt, ich würde sagen, ha, habe ich ja gesagt, aber jetzt sitzen wir genau in der Situation. Wir haben echt ein Riesenproblem. Das ist tatsächlich, ich meine, wir sitzen ja, genau, jetzt will man von Russland keinen, also, das ist ja eine Brückenenergie gewesen und so weiter und so fort, weiß ja auch, glaube ich, jeder jetzt mittlerweile, ist schade. Also, es ist nicht klar, was man tun soll, es ist ein kompliziertes Thema, aber, was ich, kurz wegen dieser Elon-Sache, also, vielleicht, wie ich damit umgehe, also, ich finde zum Beispiel, das super interessant. ich mag das Elon zuzuhören, ich finde das spannend, aber was ich auch gerne mag und was mir sehr geholfen hat, das alles auch einzuordnen, was er sagt, ist, auch die ganzen Kritikerberichte mir durchzulesen. Also, zum Beispiel, gibt ja viele Leute, die Teile seines Engineering, ob es The Boring Companies oder Sachen vom Hyperloop, die das, also, Ingenieure, die das kritisieren und quasi sagen, das macht von der Infrastruktur zum Beispiel gar keinen Sinn, oder das würde ich nicht so bauen. und hier finde ich diesen, ich finde hier die Diskussionskultur ganz wichtig, deswegen, ich sehe auch so einen Harald Lesch oder einen Richard David Precht in einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Rolle auch zu sagen, Moment mal, also bei Lesch diese Realisierung zu kritisieren, zu sagen, das ist schwierig und ich will auf den Zeithorizont aufmerksam machen, ja, man kriegt das vielleicht hin, aber nicht in dieser Zeit. Lass uns noch einen Plan B haben, wie wir es machen. Da stimme ich dem Mann voll zu. Auf der anderen Seite, zum Beispiel bei einem Richard David Precht finde ich interessant, er sagt dann halt, ja, Technologie ist gut, aber Technologie ist ja kein Selbstzweck, sondern wie kriegen wir ein gesellschaftliches, also wir müssen ja erstmal die Gesellschaft als solche verstehen, bevor wir sagen, was für Technologie wir bauen. Wie zum Beispiel mit den Innenstädten. Da habt ihr auch drüber gesprochen, das fand ich auch hochinteressant, dass man zum Beispiel sagt, Amazon befriedigt zwar dieses Bedürfnis, dass man einfach nur kaufen kann, aber ist das was Gutes? Oder die Attention Economy auf Social Media, ist das jetzt gut, dass Leute auf einmal, dass Netflix und Facebook, Instagram und Co. anfangen Schlaf wegzurationalisieren, weil du dann noch mehr auf der Plattform bist und noch mehr Zeit dort verbringst. Sind das gute Dinge? Nein. Und hier, also hier muss ich sagen, da bin ich, ich fühle komplett, was du sagst. Ich bin hier nur ein Ticken, muss ich sagen, da bin ich ein Ticken anderer Meinung. Ich finde es schwierig, ich bin ein riesengroßer Elon Musk Fan, aber ich finde es problematisch quasi erstmal, ich würde immer versuchen, die Sachen quasi auf der Ebene der Sache zu begründen und nicht an Personen zu knüpfen, weil, also Elon sagt sehr viel Richtiges, aber wenn er dann mal was Falsches sagt, dann ist das umso schwerwiegender, je mehr Leute ihm glauben, weißt du, was ich meine? Weil dann so eine Schwarmdummheit entsteht und auf der anderen Seite habe ich die, finde ich es spannend, sich zu überlegen, wenn du Leute hast, die nur Elon nachplappern und nicht diesen Diskurs hast zwischen zwei Menschen, weil das ist so, ob es ein Richard David Prechts oder ein Harald Lesch oder irgendein Kritiker und wie auch immer, du kommst nochmal auf eine viel bessere Idee dadurch, du kommst nochmal auf eine höhere Sache und ich finde, dass das grundlegende Problem hier ist, den Leuten, ob es jetzt Mark Zuckerberg ist oder ob das jetzt, egal wer ist aus dieser ganzen Technosphäre, diesen Menschen, egal wie erfolgreich sie sind und egal wie krass sie das gemacht haben, ihnen zu vertrauen und den Gesellschaftsentwurf in die Hand zu geben, halte ich nicht, weil ich denke, dass die Menschen schlecht sind oder so, ich halte das für schwierig. Du hast hier auch über ein Grundeinkommen gesprochen für Leute, wie man die sichert und wie man dort Partizipation schafft, aber je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du auch die Welt verändern und das ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil du siehst ja, wie groß die Unternehmen mittlerweile werden. Absolut. Diese Kapitalmenge, die ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk anhäuft, das ist quasi Staatsniveau. Genau. Wenn jemand sagen würde, ich würde Google abschalten, das ist fast so schlimm, wie wenn Deutschland bankrotieren würde. Ja, genau. Also, ja und auch, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt Elons Vermögen jetzt nicht genau, das kann man ja nachlesen, aber der kann halt auch mal 100 Milliarden in die Hand nehmen und sagen halt, ich möchte jetzt Italien, also ich kann es aber nicht kaufen, aber einen großen Teil von Italien kaufen oder so oder einen Jeff Bezos. Das ist ein Problem, absolut. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass der Staat große Geldmengen auch nicht gut verwaltet, denn er ist hoch, hoch ineffizient. Und ich muss sagen... Das ist in Deutschland ein großes Problem? Das ist für mich eins der großen Themen, warum ich zum Beispiel, ich werde perspektivisch, wenn ich aufhöre, Gründer zu unterstützen mit meinem Kapital. Aktuell hatte ich immer zu wenig Geld bis jetzt. Jetzt komme ich langsam so in gewisse Fähren, wo ich auch hoffentlich ausreichend Geld habe, um endlich mal den Gründern so viel Geld zu geben, wie ich das gerne würde. Ohne, dass du einsammeln musst? Ohne, dass ich bei anderen betteln muss sozusagen, was auch manchmal echt schwierig war. Und irgendwann daraus dann, wenn das alles weiterhin funktioniert, wird sehr, sehr viel Kapital wieder entstehen, weil man hat ja irgendwann dann Returns, weil ein paar von den Sachen werden funktionieren, werde ich einen ganz großen Teil meines Vermögens einfach spenden. Weil was soll ich damit? Also ich brauche nicht irgendwie mehr Luxus oder sowas. Was brauche ich nicht? Was soll ich damit? Soll auch nicht irgendwie jetzt meine Frau alles bekommen oder so? Was soll ich auch mit dem Ganzen? Also sehr blödsinnig. Was soll sie 100 Willen kaufen oder so? Und jetzt ganz egoistisch für mich, ich möchte Steuern zahlen, ich zahle auch viele Steuern, aber ich möchte nicht super viele Steuern zahlen. Warum? Das heißt wie Steuern für schlechten Service. Ich verstehe das voll. Weil ich lieber dieses Geld sehr, sehr genau sagen will, pass auf, da bauen wir jetzt zum Beispiel eine Anlage, die Plastik aus dem Meer rausholt. Da bauen wir jetzt Solaranlagen, damit Leute Strom haben und gleichzeitig... Wir lösen wirklich Probleme und nicht füttern noch hier alle durch, dass das zugekippt wird. Auch ohne jetzt zum Beispiel bei mir ist es nur mal meiner Frau nur, der ich das Geld geben könnte. Oder auch meinem Vater zum Beispiel, der wird hoffentlich früher sterben als ich, also von der Generation immer, aber hoffentlich noch lange leben. Aber das macht keinen Sinn. Ich könnte es nur an meine Frau weitergeben. Vielleicht kriegen wir Technologie so weit hin, dass ihr beide lebt weiter. Beide lebt weiter so. Aber ich könnte das Geld weder meinem Vater geben, auch noch meiner Frau. Warum? Weil die keine Erfahrung haben, mit so großen Geldmengen überhaupt sinnvolle Sachen zu machen. Das heißt... Sehr schwierig auch. Genau. Und ich habe über Jahrzehnte gelernt, wie ich skalierbare Dinge baue. Also ich habe über Jahrzehnte gelernt, wie startest du mit drei, vier Personen? Ich meine, hättest du jetzt im Dezember 100 Millionen auf dem Konto gehabt, hättest du jetzt effektiv noch 85. Also ohne irgendwas zu machen. Ja. Ja, oder noch weniger. Aber was ich meine ist, das Geld muss in die richtigen Hände mit dem richtigen Kurs. Eben nicht zu sagen, ich baue noch mehr Villen und ich baue irgendwelche Riesenjachten. Aber es muss auch in Hände kommen, die damit was machen können. Und wer kann denn wirklich Dinge verändern? Und das ist zum Beispiel Elon Musk. Er hat wirklich verändert, dass wir irgendwann zu Green Energy kommen werden. Das war er. Weil er hat die Autoindustrie umgeschrieben. Volkswagen, BMW, Daimler hätten das noch lange nicht gemacht, ohne seinen Druck. Findest du... Hier finde ich eine Sache, ich finde aber Herbert Diess zum Beispiel, sehr krass feiere den Typ. Guter Typ. Sehr, sehr krasser Typ. Also ich feiere diese Kombi, dass ein Ingenieur-Chef eines Unternehmens ist. Also finde das sehr, sehr gut. Machen es hier nicht anders. Und hier eine Frage, denkst du das, dass Religionen ersetzt worden sind durch Unternehmertum und durch das? Also ich habe das zum Beispiel, ich kenne das bei Brands. Also als Brand gibst du ja auch, wenn du eine gute Brand baust, dann gibst du Leuten Handlungsempfehlungen. Du gibst ihnen gute Vorbilder, wie sie sich verhalten sollen. Und jetzt ist die Welt ja in viele kleine Teile fragmentiert, weil du kannst dich jetzt nicht identifizieren mit allem, was vielleicht in der Bibel steht oder in dem religiösen Werk XY, aber man kann sich identifizieren als Person vielleicht mit Elon Musk und sagen, ey, das ist für mich leicht, als Mensch das zu imitieren und das nachzumachen, weil ich feiere das, ich finde das gut, was er macht. Was denkst du, welche Rolle spielt das gesellschaftlich? Ich glaube ja. Also ich glaube, das ist ein guter Gedanke von dir, zu sagen, ja, es gehen eigentlich moderne Brands und moderne Influencer, glaube ich, würde sich Elon niemals nennen, aber... Wer ist mehr Influencer, als man denkt? Ja, ja, genau, aber er mag das Wort nicht, aber er ist ja auch... Also er ist einfach... Ich finde das auch gut so, dass er das ist, sonst würde ich dem Unternehmen nicht vertrauen. Ja, Technologe und so, aber werden gute, also herausragende Köpfe, auch mit einer starken Kommunikation, werden die zur Religionersatz, ne? Absolut, ich glaube ja, weil wir brauchen ja irgendwie Guidelines, also ist es okay, Öl zu verbrennen? Ist es okay, dass ich irgendwie Frauen klein halte, oder ist es eben nicht okay? Und ich glaube, dass da hoffentlich auch gute, große Köpfe immer wieder beibringen, hey, wir müssen einfach uns ändern, also wir müssen zum Beispiel, Frauen und Männer sind total das Gleiche, ja, es kann einfach nicht sein, dass wir einfach sagen, die einen verdienen mehr, die anderen verdienen weniger. Wir müssen auch für den Öl zu verbrennen, wir können nicht sagen, es geht immer nur um mich, sondern ich muss auch zurückgeben. Elon hat, ohne einem was davon zu sagen, klar, hat auch viel Geld, aber hat immerhin 5,6 Milliarden einfach mal so gespendet, letztes Jahr alleine. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, das war geplant, Steuern blieb blieb blieb, Nein, das hat nicht mit Steuern zu tun, das war auch wieder Bullshit. Aber am Ende des Tages hat der, ja, nein, aber man kann es niemandem recht machen, am Ende des Tages hat der Mann 5,6 Milliarden gespendet. So, ey, das ist... Und das ist ja auch wieder ein Vorbild, zu sagen, pass auf, ich habe vielleicht nur 100.000 Euro, aber spende ich am Ende des Jahres 2.000 Euro dafür, für ein Herz für Kinder oder auch anders, jeder, wo er spenden will. Und also, habe ich eine Spendenkultur? Wie sehe ich Gleichberechtigung? Wie sehe ich Technologie? Denke ich positiv über die Zukunft? Oder sollte ich ganz viel Angst haben? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, an dem ich ansetzen will, wo ich, also, ich finde, im Prozess muss ich widersprechen, also ich finde es, nach wie vor finde ich es problematisch, quasi schnell zu gucken und zu sagen, Person XY macht das und die hat Erfolge in der Vergangenheit ausgewiesen, das heißt, ich muss trotzdem kritisch prüfen, macht das Sinn, was die Person sagt, jedes Mal aufs Neue wieder. Ich persönlich kann das nicht, aber ich versuche mir dann halt viele Meinungen zu holen von allen möglichen Leuten und finde das hochspannend, wie die das einschätzen. Nach wie vor bin ich aber ein Riesenfan von dem Typen und auch einfach von Leuten, die machen, weil sie eine Sache machen, die der deutsche Staat und die deutsche Bevölkerung, der deutschen Kultur fehlt. Das ist ein positives Bild für die Zukunft, Werte, die uns vereinen, ja, nach dieser Nachkriegszeit, dass wir sagen, verdammte Scheiße, lass uns doch mal das Rudel in die Hand nehmen und wir können die Besten werden in der Welt, was Klimatechnologie angeht. Wir können eine Vorbildfunktion einnehmen und nicht anfangen zu relativieren mit, ja, dann werden aber die, dann werden aber die, 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 die Entwicklungsländer anfangen, noch mehr zu verbrennen, weil dann die Energie dort noch mal günstiger ist und so weiter. Ja, aber die werden in dieselben Probleme kommen, wie wir auch. Also irgendwo, diese Vorbildfunktion, also kollektiv in Deutschland, das fehlt mir, also mir fehlt das. Es gab mal eine, eine unfassbar interessante Szene mit Armin Laschet, den ich persönlich schätze, der, der damals noch Kanzlerkandidat war, also auch auf einem wahrscheinlichen Weg, Kanzler zu werden. Das war in der Hochphase der, der Wade, des Wahlkampfes. Und der hat mit Elon Musk, stand er vor dem, vor dem Werk in Berlin, also Giga Berlin. Und er hat dann gesagt, ja, das ist super, das wäre auch Elektrotechnik und hier entstehen Arbeitsplätze und so weiter. Aber er hat dann einfach so runtergeleiert und ein Standard für Arbeitsplätze und so weiter. Und dann kam Elon und sagt, you know what, we will make a better world. We will build amazing cars. Und dann hat er einfach diese, weißt du, da wolltest du dabei sein. Er hat gesagt, geil. Ja, das ist menschlich. Und das ist erst der Anfang. Und wir fangen hier an. Und wenn du mal siehst, wie geil die neue Lackierung funktioniert und wenn das und das und das. Dann hat er einfach die Leute begeistert. Und das ist das, was vielleicht Barack Obama so ein bisschen mal hatte, der wirklich gesagt hat, hey, man kann irgendwie, man kann inspirieren, man kann mitnehmen. Was ist ein Leben ohne Inspiration? Und ist Olaf Scholz, also meine politische Agenda kennen auch alle, also ich bin eher auf der CDU, CSU, FDP Seite, aber ich finde auch... Olaf Scholz hält sich bedeckt und trotzdem, wir sagen wahrscheinlich jetzt, warum basht er wieder Olaf Scholz? Aber ich, der ist halt keine Person. Ich finde nicht, dass der, dass der mich mitnimmt und sagt, so, jetzt passiert der Folge. Also meiner Ansicht nach wurde der gewählt, weil man denkt, mit dem macht man am wenigsten falsch. Ich finde aber die gesamte, also ich kann mich mit niemandem Ich fand auch Armin Laschet nicht Inspiring. Nein, Armin Laschet war noch weniger Inspiring, um mal ganz klar zu sein. Aber wir brauchen eigentlich jemanden. Wir brauchen jemanden, und ich glaube auch einen jungen Kopf, idealerweise eine Frau, aber ich glaube noch wichtiger ist, jung als alt, die einfach uns mal wieder mitnimmt und die sagt, pass auf. Es gibt doch alte Leute, die ein gutes Mindset haben oder die die Welt verändern wollen, safe. Und ich glaube auch, dass junge Leute da dabei sein sollten. Ja, ich glaube, dass das jetzt so ein Transit vielleicht war, wo die Bundesregierung, also wo man jetzt einfach mal sieht, die Karten werden hoffentlich neu gemischt. Das war auf jeden Fall mal gut. Ja. Also das hat jetzt mal auch den alten Parteien gezeigt, okay, also Deutschland ist im Umschwung. Ein bisschen langsamer, als es für mich, also als es mir passt, aber... Angela Merkel, die ich sehr, sehr persönlich schätze, die ich wirklich auch relativ häufig treffen durfte. Das ist eine sehr krasse Frau. Sehr krasse Frau, hat sich nie was in die eigene Tasche gesteckt, war wirklich eine perfekte Dienerin für das Volk. Staatsmännisch, komplett. Aber sie war zu lang dran, weil nachher hat sie halt die Digitalisierung, diesen Energieumbau, das hat sie alles leider nicht mehr gut gemacht, aber eine tolle Frau, aber genau, da hätte man früher... Menschlich auch. Ich verstehe es auch, wenn man so lange in einem Amt sitzt und dann irgendwann ist, wie gesagt, auch die Struktur der Selbstzweck. Also, das große Problem an Bürokratien, meiner Ansicht nach, ist, dass du mehr auf die Regeln, als auf die Ziele achtest. Ja, sehr gut. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Also, hättest du jetzt Konkurrenz in der Bürokratie beispielsweise, dann merkst du halt auf einmal, oh, da hat jemand eine dominante Strategie entwickelt. Ich muss mal auch eine bessere Strategie entwickeln, sonst bin ich gefickt. Weißt du, dieser menschliche Wettbewerb, der fehlt denen. Und dann ist es halt so, und dann sagst du, die letzten 3000 Jahre hat es ja auch funktioniert, warum soll es nächstes Jahr nicht funktionieren? Und dann sagst du, ey, guck doch mal in die Zukunft, die Welt verändert sich, die Regeln, die gelten nicht mehr. Und dann verstehe ich das. Und dann argumentiert der eine aus der Vergangenheit, der andere in die Zukunft und dann versteht man sich leider nicht. Ja. Ich bin, also ich bin auch, ich bin auf jeden Fall auf der Zukunftsseite, aber, ja, das finde ich schade, weil, um mal kurz vielleicht auch die geopolitischen Konsequenzen kurz hier zu besprechen, was ich interessant finde, ist, das bedeutet ja einfach nur, also was macht China? China hat bei 6G Weltrekorde, die machen diese Terraherzfrequenzen, untersuchen, die bauen die Infrastruktur von morgen aus. Wir haben mehr autokratische Staaten in den schnellsten Computern mittlerweile, die sind für den Quantencomputer, KI, Fusionsenergie, haben sie ja gerade einen sehr starken Durchbruch announced. Da hattest du ja gesagt, da hattest du ja gesagt, du wünschst dir in Deutschland, und ich verstehe das, auch in dem letzten Podcast, dass du quasi mal sagst, ey, jetzt stell dir vor, du hast so kurz eine Technokratie, du hast 4, 5 Jahre jemand an der Macht, der quasi so diktaturmäßig das Ding mal stramm zieht und quasi so, ich sag mal, wie Elon Musk ist auf einmal der Alleinherrscher von Deutschland und der zieht einmal alles gerade so, also man geht davon aus, ein guter Mensch, der macht keinen Scheiß, respektiert unsere Grundwerte und so, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube ehrlich, dass es gar nicht die Staatsform ist, die darüber entscheidend ist, sondern ich glaube, dass es die Kultur ist, also der Mindset der Leute. Also ich glaube, wir können weiter mit einer Demokratie das fahren, aber mit solchen, also jetzt nicht dieses Gespräch, zwangsläufig oder wir beide, aber auch die Arbeit, die du machst, Leute positiv dazu zu beeinflussen, zu sagen, ey, einerseits ist die Zukunft toll, andererseits, wenn wir uns darum nicht kümmern, dann sind wir morgen mit Stock und Stein da, während China und der Rest der Welt Quantencomputer haben, künstliche Intelligenzen, die bald vielleicht sogar superintelligent sind, alles vor uns mit Quantencomputern, jede Verschlüsselungsprotokoll der Welt brechen können, die Staatsüberwachungssysteme haben, die sie dann in jedem Autokraten Staat exportieren und dann sagen, hm, Zimbabwe, ihr braucht Hilfe, um eure Bevölkerung zu kontrollieren, wir lizenzieren euch den Staatsüberwacher 3.0, hier das ganze System, teilt die Daten auch mit uns, wir helfen euch auch mit anderen Sachen, Das ist einer der Gründe, warum ich wirklich jeden Morgen aufstehe und Gas gebe, von ganzem Herzen, glaube ich, dass wir ein starkes Europa brauchen. Wir brauchen ein starkes Europa, sonst sind wir... Weil wir haben, wir haben, es ist auch jetzt wieder schwierig, da für mich drüber zu sprechen, aber ich glaube, dass Europa Werte hat, die andere nicht haben. Ja. Und natürlich sind die anderen, haben auch viele bessere Werte, die wir nicht haben, aber Europa ist, hat, tickt anders als China und tickt anders als USA. Und ich würde gerne einfach, dass wir bei den großen Herausforderungen der Menschheit, Klimawandel, auf einmal kann ein Staat alles überwachen, weil die Technologie das hergibt. Das heißt, wir werden darauf Antworten finden. Also ähnlich, wie als wir damals die Atomwaffen ja hatten, musste ja die Welt zusammenkommen und sich darauf einigen, ich klopfe hier auf Glas, auf Holz, um für immer, genau, um für immer zu sagen, wir haben das zwar, aber wir werden das nie einsetzen. Das hat ja bis heute funktioniert. Koff, das bleibt so. Genau, das ist gerade natürlich... Gleich wie in Pakistan und Indien, in den Atomkrieg haben, sind alle tot dann. Ja, genau, kritische Frage, aber das Gleiche brauchen wir jetzt wieder für Klima, das Gleiche brauchen wir für KI, wie das Ganze managt und so weiter. Und ich glaube, wir werden dann nur die richtigen Antworten finden, wenn wir ein starkes Europa haben. Nicht ein stärkeres Europa, sondern ein gleich starkes China. Ein vereintes Europa. Ein gleich starkes USA und ein gleich starkes Europa, die auf Augenhöhe, mit Respekt, gemeinsam diskutieren. Und deswegen habe ich damals diesen natürlich auch sehr zerrissenen und da gibt es ja auch eine Menge Hater, gesagt, der Frank will jetzt China in Europa einführen, der spinnt ja. Es kam aus einem tiefgreifenden Frust, weil ich ja auch in der damaligen Regierung auch. Du sagst, die sind schneller und haben klarere Ziele. Ich verstehe das. Tief verwurzelt war und immer wieder Diskussionsrunde um Diskussionsrunde. Und es war klar, was passieren musste. Wir brauchen Speicher im Netz. Wir brauchen Digitalisierung. Wir brauchen ESA. Und es ist nichts passiert. Diese große Koalition, das war einfach ein Tod. Und ich habe ihn ja von innen miterlebt und teilweise auch mitgestaltet. Ich hatte ja dieses Innovation Council im Kanzleramt. Und da kam der Satz irgendwann, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir mal vier Jahre, fünf Jahre richtige Gestaltung und danach halt wieder gerne zurück zur Bürokratie. Also auch die auf anderen Weg. Aber daher kam die Idee. Nein, also ich verstehe das. Ich finde, hier Deutschland finde ich auch schade. Jetzt kann man sagen, oh, lass Frank canceln und der will Diktatur oder whatever. Da sage ich, ich sehe das anders. Ich sehe das Problem eher in der Kultur. Und ich denke, dass wir das so nicht lösen, das Problem. Aber ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Und lass uns den Gedanken, also nicht den Gedanken mit der Diktatur aufgreifen, sondern das Ziel, was man damit verfolgt. Also ich verstehe das. Mutig, Inspiration, langfristig denkend, Gas geben und gestalten. Das ist ein gutes TikTok. Diktatur, langfristig, inspiration. Habst du gesagt? Nein, nein, nein. Ich verarsche dich. Ich verarsche dich. Du bist dann auch so, weil du hast ja sehr große Reichweite. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich ja auch. Und man muss da mittlerweile, weißt du, vor zwei Jahren hätte ich hier noch auch entspannter mit dir gesprochen, einfach gequatscht. Und heutzutage, wenn ich dann irgendwie sage, Ja, du hast Angst, was Falsches zu sagen. Diktatur, China, und dann wird das wieder so zusammengeschnitten und dann wird wieder gesagt, ja, fahre. Ja, aber da bin ich fair. Also das sage ich, wenn jetzt irgendwas so zusammengeschnitten werden würde, wäre ich auch der Erste, der sagt, dass das Schwachsinn ist. Ja, das weiß ich ja, ja. Aber du bist ja auch genauso gefällt. Wir sind ja alle, und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Problem. Ich habe viele Sachen im Internet gesagt, wo Leute vielleicht, wo Leute nicht gepasst hat. Aber guck mal, weißt du was, ich finde diese Cancel-Culture einfach nicht in Ordnung. Also es ist doch okay, das ist dein Recht auf freie Meinungsäußerung. Man kann inhaltlich das kritisieren. Wenn man das ruhig im Kontext vernünftig ist, wenn ich es hinsetze, würde ich sage, weißt du was, Covid gab es nicht, China ist geil, wir brauchen hier einen Diktator. Was ist wahrscheinlich... Ja, so unreflektierten Scheiß dann. Dann muss man auch sagen, weißt du was, der Frank hat das auch im Kontext bewusst immer wieder aus dem Kontext greift. Das ist schon auch ein Problem, wo nachher, das merkt man immer bei einer Angela Merkel, das hat mich damals, das ist eine großartige Frau, auch gestört. Die hat halt sehr kontrolliert gesprochen. Da ging quasi in ihrem Gehirn. Ja, aber das ist der Grund, wie so Leute dann kontrolliert sprechen, weil sie Angst haben, Und ich merke, dass ich gerade auch schon auf dem Weg bin, weil so viel... Ich fühle, das ist bei mir auch so. Das ist eigentlich kein guter... Eigentlich müsste ich entspannter sprechen können und sagen, wenn jetzt irgendeiner zusammenschneidet, Tick, Diktatur, Frank, Deutschland... Also ich muss ja auch nur auch ganz kurz also jetzt hier öffentlich... Ich habe auch viele Leute hier gehabt, die Sachen gesagt haben, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, ey, das wird falsch verstanden werden oder das war unglücklich formuliert und dann schneide ich das raus. Ja, ja. Also ich bin da, also ich bin da auch sehr... Ja, ja, aber du bist da, aber du kannst ja gar nichts dafür machen, sondern brauchen wir auch eine andere Kultur, glaube ich. Wenn du zum Beispiel an Covid-Kritik geäußert hast, das war ein Riesenproblem, weil man es sehr ruhig gemacht hat. Henrik Streeck hat Morddrohungen bekommen und Jan Böhmermann hat gesagt, wie kannst du den noch in deine Sendung einladen? Und das ist ein hoch angesehener Virologe, nur weil er eine leicht andere Meinung zu Covid hatte. Also das ist schon, wie, wann und wie können wir eigentlich noch in gutem Rahmen sprechen? Ich finde es wichtig, einfach miteinander diskutieren ist ein guter Sport. Miteinander einfach an den Tisch bringen, die Leute sachlich miteinander sprechen und zu einem Entschluss kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach sachlich bleibt. Also auch in emotional aufgeladenen Sachen. Was wollte ich dich noch fragen? Ich wollte dich fragen, jetzt zu dieser Sache. Also da, wenn ich mir diese Sachen angucke, zum Beispiel mit Richard David Precht in Lanz mit den Talkshows und so, da ich persönlich denke mir, also positiv gedacht, denke ich mir das Potenzial eines Frank Thelens, wenn du dir quasi über diese gesellschaftlichen Sachen sagst, ey, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber ich versuche mir da noch mehr Gedanken drüber zu machen, weil das ist ja wie der, die Design-Vorgabe für Technologie. Ist ja genauso, wie du gesagt hast, ist mit dem Darm. Die Gesellschaft zu verstehen, was braucht die Gesellschaft, was braucht ein einzelner Mensch, was hilft dem, den zu verstehen und daraus Technologie zu entwickeln, finde ich sehr spannend, weil da gibt es sehr gute Kritik an all dem. Und da finde ich, das wäre eine Sache, die dich noch mal als Person kompletieren würde und ich glaube auch so viel Kritik Wind aus dem Segel nehmen könnte. Ja, ich versuche, ich versuche jeden Tag zu lernen, besser zu werden und ich glaube, wenn ich eins in der Vergangenheit, also ich wollte ja nie berühmt werden, das glaubt mir auch keiner, aber ich habe diese Show, die Höhle der Löwen, die so ein bisschen der Startpunkt war, gemacht, weil ich wollte, dass Startups endlich mehr Bühne bekommen, weil es kannte damals kaum einer und es hat ja auch nicht nur wegen DHDL, aber auch ganz viele andere Themen. Da hat sich ja der Bruder von Fabian Thülmann angerufen und Fabian hatte ja auch einen Podcast. Ach krass, ja, und genau, der hat mich angerufen, der Oliver. Fabian, Top-Typ, ich feiere den sehr, ich feiere den sehr. Und so, und dann bin ich da reingekommen, dann habe ich auf einmal, irgendwann war ich etwas bekannter und dann auf einmal war es anscheinend so, dass ich vor der Kamera ganz gut funktioniere, dann kamen die ganzen Talkshows und bla, bla, bla. Ich habe gesagt, Frank, du redest gut. Ja, genau, du kannst irgendwie so und dann habe ich mich auch nachher zu Themen geäußert, wo ich eine Meinung zu hatte, weil ich spreche ja den ganzen Tag mit Ministern, mit CEOs und so weiter, da habe ich schon auch oftmals echt eine gute Meinung. Aber ist sie dann wirklich, wirklich fundiert? Nein, weil du hast halt, du weißt halt vieles, aber mein Anspruch muss noch besser werden, da habe ich teilweise Fehler gemacht, wirklich nur zu den Themen zu sprechen, durch ganz tiefes Wissen habe, was übrigens ganz wenige haben. In den Talkshows sprechen ganz viele Leute so ganz viel Scheiße, die deutlich weniger Ahnung von den Themen haben, zu denen ich mich auch in der Breite früher geäußert habe. Also ich würde immer noch sagen, dass ich da einigermaßen kompetent war, aber nicht richtig krass kompetent. Und das ist meine, das ist das, was ich jetzt versuche nochmal zu ändern, wirklich zu sagen, wenn ich über Energie spreche und ob wir Atom behalten sollten oder nicht, dass ich dann wirklich nochmal mit Physikern, Mathematikern und so weiter das Ganze auch wirklich gemacht habe und parallel immer ein Papier rausgebe. Ich habe auch schon einige Papiere veröffentlicht. Genau, ich finde das viel überzeugender, wenn du zum Beispiel jetzt kommst und sagst, ey, ich habe mit meinem Team gesprochen, das besteht aus folgenden Leuten und das ist unser Gedankengang und nicht Elon Musk hat das auch gemacht oder Elon Musk gesagt, weil dann wärst du viel überzeugender, viel, viel, viel überzeugender. Ja. Verstehst du, was ich meine? Absolut, ja. Weil es gibt viel, also guck mal, ich bin im Zwiespalt so. Als Person, ich finde das cool, weil ich weiß, was für ein Potenzial in dir steckt und was du machst. Ich finde das wirklich bemerkenswert und krass. Real talk. Ja. Ich verstehe auch die ganzen Kritiker, aber es ist auch ganz einfach, sich an sowas aufzuhängen und ich weiß auch, was für ein Hustle dahinter steckt. Und ich finde das bemerkenswert und ich finde das krass, weil du Leuten hilfst. Ich meine, Accentral ist ja ein gutes Beispiel. Das sind ja Leute, die haben keinen Bock auf Venture Capital, die haben keinen Bock auf irgendwas, die haben eine krasse Idee und dann connectest du, also diese Synergie, die du schaffst, du bringst zwei Glieder zusammen, wo sich andere zu schade sind oder keinen Bock haben, aber du hast etwas gesehen, was jemand anderes nicht gesehen hat. Ja. So. Und du hast, ich meine, wir benutzen das, glaube ich, selber. Ja. Also das ist krass. Das ist for effect krass. Jetzt aber gleichzeitig erwartet man natürlich auch noch von dir, jetzt bist du auf einmal Influencer auch noch. Ja. Weil das halt erwartet wird vom modernen Workplace und Co. Und der Organisation. Und jetzt bist du da und jetzt bist du neben all diesen Leuten und musst zu diesen Sachen sprechen. Ich muss auch sagen, das ist auch sehr, sehr krass. Also du sagst das schon richtig. Das ist, also nicht, dass ich jetzt da in Schutz nehmen muss oder so, aber das ist heftig. Hier habe ich eine Frage aber an dich. Du bist in meinen Augen in so einer Doppelrolle. Du bist in so einer Doppelfunktion. Du bist einerseits Investor, andererseits bist du auch Influencer. Und hier zum Beispiel, du hast ja für das Samsung Werbung gemacht und ich persönlich muss jetzt sagen, eigentlich nicht böse gemeint. Du hättest das ja gar nicht nötig, jetzt noch Product Placement zu machen. Also, ne? Warum mache ich das? Ja, also ich finde, ich verstehe es nicht. Ja. Ja, erstens finde ich das interessant, um zu lernen, wie funktioniert eigentlich solche Kooperationen und habe mir dann bewusst Firmen rausgesucht, die ich wirklich gut finde. Logitech zum Beispiel, zum Beispiel, verwende ich jeden Tag. Samsung, finde ich, hat aktuell wirklich die bessere Hardware. Wenn ich das Samsung-Phone, das aktuelle Flagship von denen, gegen mein, ja, ich verwende hier ein iPhone, wegen iOS, dagegen halte, ist das Samsung das schönere Gerät. Ich finde diesen Rasierapparat hier hinten grausam. Es hat ein besseres Display. Es ist einfach Edge-to-Edge. Ich finde die Qualität des Displays besser, die Kameras sind besser. Also es ist wirklich ein sehr hochwertiges, das sage ich jetzt eben nicht, weil ich, ja, ich bin, das hat es ja gesagt, ich habe eine Kooperation mit denen, sondern davon bin ich wirklich überzeugt. Und in dem Moment, wo ich auch sagen würde, und ich lese auf den Samsung-Geräten zum Beispiel. Wir machen halbe, halbe mit der Kohle. Ja, nein, aber das ist genau der Punkt. Ich würde jetzt nicht, weil mir werden natürlich auch Angebote von anderen großen Autoherstellern oder Verbrennern und keine Ahnung was, das würde ich nicht tun. Sondern A, ich mache das, um das zu lernen, weil ich es interessant finde. Und B, nur mit ausgewählten Marken wird das in, vielleicht noch weniger werden. Ja, weiß ich nicht, ob ich, aber da stehe ich zu 100% dahinter. Und das, was ich gerade gesagt habe, das meine ich auch genau so. Ich glaube dir das, also ich glaube dir das, ich sage dir nur, ich glaube, die Leute glauben das nicht. Was heißt die Leute? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Leute glauben. Also ich habe zum Beispiel mir das angeguckt und ich hatte halt nur die Sorge, ich denke mir so, du bist unabhängiger, also du wärst unabhängiger. Ja, ja. Weil du bist ja da in dieser, also du, ich meine, wir hatten ja vorhin dieses Ding, wo ich auch gerne deine Meinung dann hören will, ist es deutsch, bist du Deutschlands Elon Musk oder Dieter Bohlen? Wie siehst du das? Weil du dadurch, wenn wir jetzt bei Elon Musk bleiben, das würde ja verwässern, wenn er was Gutes über Tesla sagt, wenn er jetzt gleichzeitig noch sagt, ey, hier Apple Handy, ich falle das privat, aber hier ist noch Werbung dafür. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Total. Also du, man kann ja, also ich meine, du kannst ja auch sagen, ey, ich werde nicht bezahlt von denen, aber hier Samsung ist ein krasses Ding, so hier, es ist geil, also ich werde nicht bezahlt von denen, ich finde das geil und hier benutze das, mach das. Also das wäre, wie ich es vielleicht tun würde, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie ungefragt irgendwelche Ratschläge geben, weil das auch fress. Ja, ja, genau. Gut, aber am Ende des Tages, finde ich, und da darf uns ja auch nicht so schade sein, dann lerne ich halt immer, wie funktionieren diese Märkte, weil ich finde ja auch bei dir zum Beispiel, was ist eigentlich dein Businessmodell? Womit verdienst du eigentlich Geld? Wie machst du das? Und wie funktionieren Kooperationen? Wie funktioniert eigentlich Fernsehen? Ich meine, das war ja bei AirUp eine große Komponente zu verstehen, wie Kooperationen funktionieren. Genau. Und deswegen habe ich das gemacht mit diesen ausgewählten guten Partnern und habe da auch viel gelernt, also wie funktioniert es? Und auch wiederum zu lernen, passt es eigentlich zu mir und so weiter, aber genau, das war die Idee und wir könnten ja wahrscheinlich viele, viele Millionen Umsatz machen, nur mit solchen Kooperationen, aber das tun wir ja nicht, sondern wir haben ja Logitech, Samsung und ich glaube, das war es. Und genau. Da habe ich eine Frage, weil das glaube ich dir, dass du locker da ein paar Millionen mit Product Placements machen kannst. Da kam der Gründer von Lieferando, hat eine Wette mit dir machen wollen wegen Lilium. Ja. Wegen den 50, also wie viel Gewinn in 2026 gemacht wird, dass da quasi so 700 irgendwas Millionen quasi prognostiziert waren und man so, also ich sag mal mutmaßt, dass man Leute versucht hat zu locken, da anzulegen. Ja. Und er hat gesagt, wenn sie 50 Millionen machen, dann überweist er dir 100.000 Euro. Ich? Nee, er wollte auch irgendwas von mir haben. Er wollte glaube ich auch, oder sonst muss ich 100.000. 100.000, genau. Genau. Aber ich hätte das an deiner Stelle gemacht, das wäre ein krasser Marketing. Ja, ja. Elon Musk hätte das gemacht. Elon Musk hätte gesagt, hier 100.000, lass wetten. Genau. So, jetzt, pass auf. Jetzt kommen ganz viele Themen. Das erste ist, das hier ist in keinster Weise eine Anlageberatung. Ja. Das ist extrem wichtig, weil du kommst, und das habe ich auch gelernt mit Lilium. Sonst ruft die BaFin an und sagt. Ja, weiß nicht, wer dann derjenige, wer da auf mich zukommen würde, aber das ist alles sehr reguliert. Ich hatte damals, mit Lilium war ja unser erstes Startup, was einen sogenannten IPO gemacht hat, also Initial Public Offerings, an die Börse gegangen und hat der Börse alles extrem reguliert. Ich habe in der Zwischenzeit ja auch einen eigenen Fonds gestartet, den 10xDNA, den kann man an jeder Sparkasse und sonst wo Volksbank kaufen. Ich habe bei dem T1 Millionen eingezahlt in der Sparkasse. Genau, genau. Gestern mir angeguckt. Genau. Ich habe einen eigenen Fonds, deswegen kenne ich das Thema jetzt mehr. Also das ist alles hochreguliert. Du musst quasi bei jedem Satz sagen, was ich verstehe, wo es herkommt, aber Achtung, das ist keine Anlageberatung. Jetzt folgendes passiert. Ich war noch der alte Frank, liebe meine Startups und denke, der Typ, was man auch braucht, hat einen Pizzalieferdienst gemacht und das ist auch total fein, ja. Aber diese vier herausragenden Gründer, mittlerweile auch noch ein größeres, wirklich exzellentes Management-Team, hat ein Produkt entwickelt, dafür unendlich hart gearbeitet und hat es geschafft, weltweit führend in einer komplett neuen Produktkategorie Cutting Edge zu liefern. Und dieser Typ hat nichts Besseres zu tun, als über Profitabilität mögliche in diesem Prospekt zu diskutieren. Am liebsten hätte ich genau das gesagt. Dann kam aber Folgendes, dass mir auch einmal klar wurde, oh, du schreibst hier über eine Public Company, bei der du Shareholder bist und damals auch noch im Board sitzt. Da darfst du nicht einfach sagen, alleine wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ich zahle dir 100.000, hätte ich vielleicht damit gesagt, oh, die machen vielleicht weniger Gewinn in, keine Ahnung was und so. Und dadurch musste ich dann diese Rolle rückwärts machen und habe das auch alles, glaube ich, gelöscht, weil einfach, ich konnte mich in diese Diskussion nicht reinbegeben, weil ich einfach durch diese Regulierung hätte nur verlieren können. Und nicht zu Lilium gesprochen, weil darüber darf ich auch gar nicht sprechen, sondern zu anderen Unternehmen. Meine DNA ist, wie deine auch, ich will gar keinen Gewinn machen. Ich will meinen Markt vergrößern. Ich will tiefergehende Technologie entwickeln. Ich will mehr IP, Intellectual Property haben. Ich will die nächste Generation der Produktionsstraße haben. Das sind die Unternehmen, die wir heute mit 10xDNA investieren und Freigeist. Und das war auch hier mein Ding. Am liebsten hätte ich dem gesagt, bei Lilium darf ich darüber nicht sprechen. Was bist du eigentlich für ein Idiot, dass du mit mir über Profitabilität sprechen willst? Lass uns darüber sprechen, wird das Flugzeug wirklich zugelassen? Wie viele Flugzeuge können die bauen? Oder lass wetten, ob es fliegen wird. Ja, das, ja, so oder so. Aber wie viele werden die bauen? Sind die immer noch zweimal so schnell, so weit wie alle anderen auf der Welt? Also führen die immer noch diesen Markt? Ja, die Profitabilität ist nicht der Gradmesser, ob das Produkt wirklich funktioniert und das Problem löst. Ich finde es krass, wie ehrlich du bist. Also ehrlich, das ist bewundernswert. Also ich finde das sehr, sehr, sehr angenehm, dass du da so offen drüber sprichst. Also wirklich echt cool. Ja, und dann bin ich noch das gemacht. Ich habe trotzdem, ja, ich habe auch gesagt, ich meine, ich habe einmal gehört, du machst wegen den Zoom-Calls, hast du gesagt, halbe Stunde 25.000 Euro. Vier Zoom-Calls und dann einmal schnell 100.000 drauf. Aber diese Zoom-Calls mache ich ja auch nicht mehr. Aber du musst den, komm mal, du kommst in eine Situation. Ich würde auch Zoom-Calls machen, halbe Stunde 25.000 Euro, sage ich euch ehrlich. Aber du kommst in diese Situation und dann kommt einer, da will irgendjemand mit dir darüber diskutieren, wie sich Blockchain in der großen Bankenwelt bald irgendein Vorstand von irgendeiner großen Bank, ne? Mhm. Und der will dir dafür 25.000 Euro zahlen. Dann machst du dir den Zoom-Calls und denkst, erst mal ist ja geil, das wäre doch für dich jetzt cool. Safe, also ich kritisiere das gar nicht. Nein, nein, aber genau. So, und dann machst du das und machst es wieder und machst es wieder und es kommt immer an, dann denkst du irgendwann so. Und am Ende jetzt siehst du eh immer fast dasselbe. Irgendwann denkst du so, nee, will ich gar nicht. Ich will die halbe Stunde gar nicht mehr so verschwenden, sozusagen. Sondern ich will dir mal einen Gründer helfen. Aber dann erzählst du es auch im Interview, weil jetzt gerade ich immer so beerdigt bin. Und daraus macht dann wieder einer Hate und sagt dann, ja, der Frank erzählt, er kriegt 25.000 Euro für den Zoom-Calls. Ja, das habe ich nur erzählt, um mal zu erklären, genau. Ich finde das krass, dass du da so ehrlich bist. Ganz ehrlich, dass du dich auch bedeckt halten können und nichts sagen können. Also ich finde, ich finde, dass du... Die 100.000 Euro zahle ich dem auch so. Also ich meine, es ist ja auch öffentlich. Ich meine, was, das ist ja das Einfache. Aber es ist ja öffentlich... Wie schwer ist ein Frank-Thelen? Es ist ja relativ trivial zu... Dann, wenn es... Dann, wie viel... Komm, die Mathematik sollen die Leute selber machen und hier in die Comments reinschreiben. Also ich habe es nur gesehen bei... Nimm ein Central-Stake, nimm ein Arab-Stake, nimm ein Lilium-Stake. Sind es 300 Millionen? Rechnen es zusammen, aber es ist, genau, es ist sicherlich... Und ihr habt ja noch andere Unternehmen im Portfolio? Wir haben noch viele Dinge, die man gar nicht sieht, ja. Wie viele Leute sind bei dir bei Freigeist? Wir sind jetzt vor allen Dingen auch 10xDNA. Also da haben wir ja das ganze Research-Team mit den Physikern, Chemikern und so weiter, Biologen. So, ich glaube... Und quasi die Portfolios zusammenzustellen? Ich glaube, 25, 30 Leute sind wir. Und wer ist bei Freigeist? Also Freigeist gehört dir und ihr habt ja noch Leute drin? Ja, genau. Also Freigeist ist ein Partner, also das sind die Shareholder. Genau, ich bin Shareholder. Dann hast du Marc Sieberger, Alex Koch, Niklas, Marcel. Also wir haben da einige Partner. Und dann haben wir auch ein bisschen von Friends and Family Unternehmer, die auch Kapital reingegeben haben. Die sind auch da mit einem gewissen Anteil beteiligt. Kannst du da, also musst du nicht beantworten, wie ist das dann, wenn du entscheiden möchtest? Musst du dann mit allen sprechen oder ist das... Das tue ich. Ja. Aber auch das ist ja... Ist was Normales. Was Normales, aber das ist ja auch alles einsehbar. Also man kannst ja heutzutage die sogenannten Cap-Tables, also werdliche Anteile... Man könnte das alles relativ einfach zusammenrechnen. Okay, ja, interessant. Das heißt, wie viel gehört einem Frank Thelen von Freigeist? Kann man nachgucken. Okay, dann kann man es nachgucken. Nee, ich finde das spannend, weil das ist immer so... Ich meine, das ist ja wie viel... Ich stecke ja in sehr ähnlichen Dilemmas. Wie viel ist okay, das ich da habe? Ich will nicht alleine durchregieren können, weil das schlecht ist für die Organisation. Aber andererseits will ich auch halt... Ja, total. Also ich glaube... Handlungsspielraum haben. Ja, genau. Ich glaube gerade natürlich jetzt... Marcel und Niklas sind neue Partner bei uns relativ kurzfristig jetzt auch schon ein paar Jahren dabei. Mit Alex und Marc arbeite ich ja seit... Ich weiß gar nicht, 15 oder 20? Krass. Eher 20 Jahre. 20 Jahre. Das heftig. Zusammen. Und wir kennen uns... Das schweißt doch krass zusammen, ne? Genau. Wenn man so richtig viel Scheiße gegangen ist. Genau, genau. Also ja, und deswegen... Also da ist ja... Also da würde auch, glaube ich, keiner, hoffentlich keiner erwarten von denen, dass ich auf einmal irgendwie sage, so guys, das wird grün gestrichen. Also so bin ich... Nein, das ist ja auch nicht menschlich. So bin ich... So bin ich... Ich meine, dafür arbeiten wir lang genug zusammen und wir sind durch schlimme Zeiten gegangen. Ich meine, wir haben damals IP-Lab zusammen aufgebaut. Da haben wir uns kein Gehalt zahlen können, ne? Und uns sind wirklich mit unseren Körpern an den Rand gegangen, wo wir weltweite Vertriebstouren für unsere Software gemacht haben. Da gibt es nochmal diesen Witz, Economy-Sieberger. Also ich bin auch natürlich Economy geflogen, aber wir kamen da echt... Also wir haben echt da wirklich krass gearbeitet und hatten gar keine Kohle. Und durch diese Zeiten sind wir gelaufen und da wird jetzt keiner denken... So schade, dass du das keiner sieht. Ja. Also heute. Das dokumentierst du nicht. Das ist ja einem auch in dem Moment super peinlich, aber man sagt, man muss da durch. Ja, wir haben ja... Also wir wussten nicht... Ist halt so. Ihr habt ja diesen Palantir-Deal auch gemacht. Der ja auch... Also hier Palantir kann ich dir ein Beispiel geben. Das ist genau das Ding. Also das, was ich vielleicht einen Ticken kritisiere, ist, ich feiere Thiel. Ich habe irgendwo hier sein Buch, habe das inhaliert an einem Tag, habe ich das gelesen und dann nochmal irgendwann gelesen. Und auch... Ich meine, ich könnte es jetzt auch einfach machen und kommen und... Und wie im Manager-Magazin kritisieren, Thelen hat eine Million Startups gemacht, davon sind nur ein paar erfolgreich geworden. Ja, so funktioniert das halt. Also du musst in viele Sachen investieren, musst Fehler machen. Ja, eigentlich, wir müssten noch viel mehr abschreiben. Dieser Manager-Magazin-Artikel war kompletter Bullshit, weil unsere Rate an Erfolgten ist viel zu hoch. Und die haben nur aus den ersten Staffeln bewusst, selbst bei DHDL ist unser Erfolgsrat viel höher. Dieser Artikel, also man kann Kritik äußern, gerade auch an meiner Person, sehr gerne. Dieser Artikel war eine Frechheit im Quadrat. Würdest du sagen, dass sie irgendwas gut kritisiert haben? Also eine einzige Sache, wo du sagst, ey, das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen oder das finde ich, das war fair? Bei Manager-Magazin? Nein. Nichts? Nein. Ich muss mal überlegen, ich habe den Artikel nicht ganz im Kopf. Ich finde, wir waren, also bei dem Manager-Magazin-Ding, da gab es ja viele verschiedene Sachen. Also wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin, ist beispielsweise dir jetzt vorzuwerfen, dass du einen Track-Record hast mit Investments. Also was die dir ja vorwerfen, ist ja so, also die Geschichte ist ja die, du bist zur Höhle der Löwen gekommen, hast Angela Merkel, hat dir diesen Preis damals überreicht, für, glaube ich, du, für diese Scan-App, die ihr gemacht habt. Das war damals eine Dokumentenplattform. Dokumentenplattform, genau, genau, eine Dokumentenplattform. Dann habt ihr das, dann ist das halt pleite gegangen und dann, also einen Tag bevor du... Nein, es ist nicht pleite gegangen. Insolvenz angemeldet oder was haben die gesagt? Ja, es war, es war kurz davor, dass es da, ja, das... Okay, gut, nee, es ist gut, dass du das korrigieren kannst. Ich meine, ich weiß das, was da drin steht. Nein, die GmbH ist niemals in die Insolvenz gegangen und die GmbH ist heute extrem profitabel, hat sehr viel Geld, Cash, zu viel, auf dem Konto und ist... Selbst wenn nicht, wäre es ja auch keine Sünde. Ja, aber ist so, aber und einer der, ist einer der, der Weltmarktführer in der Nischen, im Technologie-Bereich. Und dann... So was hätte man auch schreiben können. Ja, so was hätte man definitiv schreiben können. Was ich dir auch gesagt habe. Aber ja. Dann hätte man, also und dann warst du bei Höhle der Löwen, hast dort Gas gegeben, hast gemacht, dann haben die ja gesagt, okay, das ist jetzt der Investoren-Darsteller, der tut so, als wäre er Investor und dann ist er danach, dann hast du dir quasi einen Ruf darauf aufgebaut und eigentlich warst du quasi so Influencer-Investor und dann bist du tatsächlich jetzt zum Investor geworden, dadurch, dass du halt Glücksgriffe gemacht hast und ich denke... Fake it till you make it. Genau, also die sagen, im Endeffekt sagen die dir fake it till you make it und... Das Gegenteil ist ja, also ich schwere, euch selber zu sprechen, aber ich habe halt immer Unternehmen aufgebaut und bin dann irgendwann durch Zufall berühmt geworden. Ja, ich finde es, ich finde es, ich muss sagen, hier finde ich es ein Ticken schade, weil es ja vielleicht auch eine interessante Geschichte ist, die in der echten Welt passiert. Also, ich meine, ist jetzt, ich will dich jetzt nicht mit Elon vergleichen, aber ist jetzt ein Elon fake it till you make it, weil er in der Öffentlichkeit steht und quasi das auch noch nutzt, um sein Unternehmen aufzubauen, indem er über die Sachen spricht, die er tut. In Deutschland wird Kommunikation nicht gerne gesehen. Genau, Kommunikation in Deutschland ist halt viel zu wichtig. Es gibt ja viele, es gibt, also sage ich auch offen, ich glaube, das sagst du auch, es gibt viele intelligente Leute, die sind vielleicht besser und viel intelligenter in dem, was sie tun, im selben Feld als ich und die könnten noch bessere Podcasts führen als ich, noch besser alles machen, aber sie machen es nicht. Aber sie reden nicht drüber oder sie machen es nicht. Oder sie funktionieren auch nicht vor der Kamera. Das ist auch ein Teil, so wie du gut Physik verstehen kannst, das ist auch ein Teil, funktionierst du im Dialog, also kannst du Kommunikation. Und dieses, ja, der Thelen, der macht jetzt eigentlich, ja vermarktet der nur seine eigene Marke und dann macht er ganz viel Geld und so weiter. Und als Lena, die du ja auch kennst, meine Kommunikationschefin, der hat sich kaputt gelacht. Ich meine, wir haben einfach so viele große Aufträge über Markenkooperation am Tisch, die sie jeden Tag ablehnt, ohne es mit mir abzusprechen, weil wir einfach intern eine ganz klare Regel haben, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Und, also dieser Artikel war einfach in sich falsch, aber da man, ja, ich glaube, da muss man einfach, muss man leben. Und jetzt kommen wir zu der Sache wegen Palantir und Ding. Jetzt bei Palantir, so kurz, damit ich diese Gesellschaftskritik damit verknüpfe. Palantir macht ja sehr viel Software und Technologie, die ja auch vom Verteidigungsministerium und Co. genutzt wird. das LKA, glaube ich, hier hat das ja auch jetzt vor zwei, drei Tagen oder so geholt. Hier finde ich zum Beispiel, hier wünsche ich mir persönlich einen Frank Thelen oder sehe ich dich auch in der Verantwortung zu sagen, Predictive Policing, was ist das denn überhaupt? Ist das gut? Ist das als Gesellschaft wünschenswert? Das ist eine Technologie, die einerseits als Technologie betrachtet sehr interessant ist und ich kenne dieses, also ich bin auch ein Mensch, ich gucke gerne nur die Technologie an und so im Vakuum und sage so, lass mal auf Gesellschaft erstmal so was Interessantes. Wir können damit viel Gutes tun, aber auf der anderen Seite, was kann man damit auch Schlechtes tun und dieses Abwägen, was ist gut, was ist schlecht? Also bevor man quasi, und dann habt ihr eine strategische Partnerschaft auch mit Lilium, seid ihr dort eingegangen, die haben ja super starke Software, ihr habt die Software für fünf Jahre bekommen. Auf der anderen Seite unterstützen die euch quasi, weiß ich nicht, ob es ein Kredit ist oder wie auch immer, mit 41 oder sich beteiligt haben mit 41 Millionen. Damit ihr Cash investiert. Genau, damit ihr Geld habt. Die haben, glaube ich, in der Pipe investiert, glaube ich. Und jetzt interessant, also ich denke dann, dann bist du ja aus dem Aufsichtsrat auch oder beziehungsweise aus dem Board ausgeschrieben und dann sagst du, also ich kann jetzt nur sagen, wie ich das machen würde, ich wäre jetzt genauso gemacht und dann wäre ich, jetzt mal klammern wir Palantir und ob das gut ist oder schlecht, das klammern wir mal aus und jetzt bist du da und sagst, okay, jetzt nehme ich dieses Geld, quasi zum Beispiel cash das aus und stelle das in meinen Fonds rein. Ich hätte da noch gar nichts ausgecashed, aber okay. Nein, aber ich sage nur, wie ich es machen würde. Ach so, ja, okay. Ich würde quasi diese, ich weiß nicht, 4,4 Prozent oder so würde ich nehmen, ich würde die verkaufen, ich würde das in meinen Fonds reinstecken, weil dann hast du auch noch eine gute Sache. Ich glaube, das ist nämlich etwas, was schade ist. Deine Person natürlich, die ist angreifbar durch solche Sachen, weil du halt, du bist auch ehrlich, du stehst hier und sagst halt Dinge und dann sagst du, ey, ich habe das, das wird jetzt in falschen Kontext, das wird jetzt dumm zusammengeschnitten oder wie auch immer, aber du meinst das nicht böse, weswegen was? Ja, weswegen, weil zum Beispiel das Unternehmen mit dir verbindet, in Verbindung gerät. Verstehst du, was ich meine? Du meinst es ja nicht böse, aber das sind so dumme Effekte, genauso wie so, ich sag mal, ein Artikel, der vielleicht nicht stimmt, aber die Leute wollen, die wollen ja die Bluten sehen zum Beispiel an dem Fall, also die Leute, die das gut finden. Ja. Verstehst du? Ja, ja, ja. Und das hat dann halt negative Auswirkungen auf das Unternehmen. Ich wäre so ein Mensch, ich würde sagen, ey, ich möchte ja nicht, dass ein Unternehmen Schaden nimmt, weil irgendwelche Leute mir ans Bein pissen wollen, Leute, aber nicht ich als Person, die bei euch da drin sind, sondern viele Leute und dass ich mich da quasi trennen von. Weil dann habe ich Freiheit, in der Öffentlichkeit zu sprechen und tun zu lassen, was ich will und ihr habt keine negativen Konsequenzen davon. Also das wäre, so würde ich es machen. Ja, also, was war der Hintergrund von diesem Fonds? Warum habe ich den gestartet? Ich komme von, wir haben jeden Euro, den wir verdient haben, wieder reinvestiert, hin zu, wir haben, und perspektivisch noch deutlich mehr, Wieso holst du noch Kleinanleger rein? Genau, Liquidität. Jetzt habe ich gesagt, okay, was will ich eigentlich mit dieser Liquidität machen? Ich kann die nicht in Venture Capital investieren, weil wir nicht zu viel Kapital deployen können. Weil wir machen Seed-Investments und wir werden auch kein besonders guter Series A oder Series B-Investor, sondern wir machen Frühphasen-Investierungen. Dort hast du nur eine gewisse... Klar, aber es ist sehr teuer. Ja, es ist sehr teuer, aber da sind wir auch gar nicht, da haben wir kein Edge, sondern wir können sehr gut das Seed-Investieren und wir wollen auch nur zwei bis drei Investments pro Jahr machen, weil wir uns sehr stark um die Unternehmen kümmern. Also kann ich nicht unendlich viel Kapital zurückspielen. Jetzt war ich also das erste Mal wieder in der Situation, dass ich schon teilweise, aber vor allen Dingen perspektivisch, zu viel Liquidität habe. Also habe ich gesagt, was mache ich denn damit? Weil ich will das Geld ja verwahren und es dann später zu spenden. Und dabei habe ich gesagt, okay, ich will es in den Aktienmarkt packen, weil Euro, Dollar wird immer weniger wert. Und wie will ich den Aktienmarkt? Als Technologie, weil das verstehe ich. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch privat schon relativ viel Tesla-Aktien schon vorher auch gekauft und auch einige Millionen verdient. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, wenn das mehr Geld wird, also wirklich viel Geld, wie kann man das denn richtig gut machen? Und dann kam, okay, ich brauche Research. Nicht nur mein Kopf, der sagt, hey, pass auf, Tesla so und so, Palantir das, Tencent das. Nicht nur richtige Analysten, Experten. Genau, erstens noch breiter, nicht nur so wie ich denke, sondern auch noch mehr Köpfe denken und zweitens, mich zu challengen, zu sagen, ist ja ganz geil, dass du Tesla so super findest, aber die Aktie ist ja schon das wert, also ist Enterprise Value das, wie willst du das machen und so weiter. Und dann haben wir 10 XTNA aufgebaut und auch gesagt, andere sollen mit investieren können aus zwei Gründen. Ich glaube daran, mehr Leute sollten Aktien halten und B, wollte ich das Research Team nicht komplett alleine finanzieren, weil das natürlich sehr teuer und sehr groß ist. Sehr teuer. Ja, sehr teuer. Also je nachdem, wie groß ist und was für Leute. Hätte ich natürlich jetzt Geld verbrennen können einfach, aber ich habe gedacht, es ist doch viel cleverer, wenn andere Leute mit investieren, weil dann haben die auch den Vorteil und wir machen transparent, wer ist das Team, was sind die Kosten und welche Managementgebühr steht dahinter und das hat auch echt herausragend funktioniert in vielen Aspekten. Das erste ist, wir haben relativ schnell diese magische Grenze in der Fondsindustrie von 100 Millionen Euro Assets under Management überschritten und ich glaube, wir haben wirklich herausragende Köpfe dafür gewonnen und wir haben ein Research veröffentlicht, was jeder kostenfrei lesen kann. Was nicht so gut funktioniert hat, war das Timing, aber wir wollten ja auch nie time im Market, sondern wir haben immer gesagt, wir starten, wenn wir soweit sind. Ja, ich verstehe. Also ich könnte jetzt auch, wäre ich jetzt ein Arschloch, würde ich jetzt hier einen Ausdruck haben und sagen, wie hat denn 10 XTNA performt? Oh, MSCI World daneben setzen und hm, der hat 5% Minus gemacht, ihr 30 oder 26. Ja, ganz was nicht. Aber das ist halt, was wir die Zeit gerade. ist ein Arc oder ein Bit Capital, das auch gute Produkte sind. Da gab es übrigens einen sehr fairen Artikel von Daniel Hüfner, gerade auf Gründerszene oder Business Insider, der das genau gemacht hat und der gesagt hat vor einem Tag, was wäre passiert, wenn ich 100.000 Euro in den Foren investiert habe. und das war ein sehr fairer Artikel, der hat nämlich genau das mit dem echten Menschmarkt nebeneinander gehalten und da sind wir sogar relativ gut, obwohl es immer schrecklich ist, Geld zu verlieren. Ich selber habe auch schon mehrere Millionen mit dem Fonds verloren, weil ich ja da Kapital drin habe. Langfristig, glaube ich, haben wir da genau den richtigen Ansatz, dass mehr Leute Aktien haben und dass wir für die, glaube ich, dass keine Anlageberatung, gute Gewinne oder gute Returns generieren werden, wenn man einen Langanlagehorizont hat. Ne, kann ich voll nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall zweischneidiges Schwert, weil, wie gesagt, das ist ja, glaube ich, immer dieses Problem von, dass Leute einem dann so ein bisschen sagen, ey, am Ende des Tages ist das jetzt Frontrunning oder nicht und da ist jetzt einer in der Öffentlichkeit, der sagt, aber das machen viele Leute und ich glaube, irgendwo finde ich, also, sagen Leute, ich finde Tech gut, ich finde dich gut, ich kann mir das angucken, das nachvollziehbar und plausibel erklärt, wieso da welche Werte drin sind, das ist eine langfristige Anlagestrategie und da kann ich ein bisschen Geld reinstecken. Zu Palantir. Also erstmal, es gibt keinerlei Verbindung zwischen Lilium und Palantir und diesem Fonds, die in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hätten, weil die Geldmengen, die wir da, ich habe ja gerade gesagt, wir sind jetzt über 100 Millionen, das ist einfach nicht relevant und es hat auch niemals den Hintergrund gehabt, weil die in Lilium investiert haben, haben wir da investiert oder irgendwas. Nein, nein, das denke ich nicht. Also genau. warum haben wir Palantir drin? Was wir suchen, ist Unternehmen, die perspektivisch einen unfairen Vorteil haben, wie zum Beispiel so ein Tesla, halt Autos so billig in so einer Qualität produzieren kann, die dann auch noch selbst fahren können, da kommt kein VW und BMW mit dran. Leute, die Monopolistenwette machen. Peter Thiel, genau das. Wettbewerb ist was für Idioten, so ungefähr. Also du bist so gut, dass du keinen Wettbewerb hast. AWS, aber die sind schon sehr hoch bewertet. Und wir glauben, dass Palantir in der Business Software Daten zu verknüpfen, genau diese Stellung hat. So, jetzt werden damit teilweise auch kriminelle Menschen verfolgt und auch gefunden, auch in Deutschland. Wir glauben, dass Alex Karp, gerne mit ihm Interviews hören, ein sehr guter Mensch ist, der absolut eben zum Beispiel sagt, ich verkaufe meine Software, wenn er damit ganz viel Geld verdienen könnte, nicht nach China, weil eben dort die Menschenrechte nicht so sind, sondern ich verkaufe das nur im Westen. Deutschland hat nach meinem Wissen gerade Zugriff auf den Source Code bekommen, um das sich anzuschauen. Er spricht relativ gut Deutsch. Er hat hier studiert. Er kennt Schweden sehr gut, Norwegen, er war in den USA. Also er ist nicht irgendwie ein Amerikaner, der sagt, Silicon Valley ist irgendwie der heilige Tempel, sondern im ganzen Gegenteil. Er hat, glaube ich, wirklich ein sehr differenziertes, verschiedene Sichtweise. Ihm geht es nicht nur um Geld, dann würde er auch völlig andere Deals machen. Und ich glaube, er hat eine sehr gute Ethik. Und deswegen glauben wir, diese Software wird auch sonst von anderen Firmen irgendwann entwickelt werden und ist wahrscheinlich auch schon in China entwickelt worden. Das ist ja das ganz interessante Ding, so ey, wenn du jetzt die eine Sache nicht entwickelst, macht es halt dann der Böse in der Garage. Deswegen sind wir mit Palantir da echt sehr zufrieden und sehr glücklich, wobei sich übrigens auch der Aktienkurs sehr schlecht entwickelt hat. Das hat uns aber nicht dazu bewegt, die Position zu reduzieren, sondern fundamental wird das Unternehmen, glauben wir, hervorragend funktionieren. Interessant. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube hier, ich sehe, du machst das sehr viel auch an den Personen fest. Ich hatte dich von dem, Erik Pott, so weit war da, der Gründer von Scalable Capital, haben uns lange unterhalten und hatte mir eine Anekdote erzählt, wie ein Frühinvestor aus Singapur da war und sie hatten all ihre Zahlen dabei und so und wollten ihm das vorstellen. Hat er gesagt, hat er gesagt, mich interessieren eure Zahlen nicht. Hat er gesagt, invest in people, not in numbers und hat angefangen so Fragen zu stellen, wie wie oft siehst du deine Mutter, wie oft siehst du deine Familie und so. Hat er so drei, vier persönliche Fragen gestellt und dann hat er mich viel. Ja, ohne. Ja, nur anhand solcher Dinge. Also ich, ich, hier würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, also ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Perspektive. Nein, denn man hat gesagt, ihr seid hier, ihr wirkt gut vorbereitet und jetzt wart wahrscheinlich bei zehn anderen Leuten, die eure Zahlen geprüft haben und ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen gut sind. Also man sollte sich die Zahlen angucken, safe, aber Aber Persönlichkeit ist Ich gucke mir selber auch nicht, also ich würde mir selber auch nicht Zahlen angucken. Lerne ich jeden Tag immer wieder mehr und das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, wo wir immer besser werden müssen und auch hoffentlich bald werden durch eine Ergänzung im Team. Menschen tiefgreifend zu verstehen von der Ethik her, wie ticken die, das ist extrem wichtig. Was würdest du sagen, sind so Dinge, die du immer wieder gesehen hast? Also was macht für dich einen erfolgreichen Gründer oder ein Team oder auch diese Persönlichkeit aus? Was sind so Sachen, wonach du schaust bei Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst? Dass die keine Show machen, sondern ganz ehrlich für ihr Thema brennen. Also zum Beispiel diesen Liniumjet bauen wollen oder den Kraftblock, den Energiespeicher oder was auch immer. Immer von der Technologie, von dem Verständnis für das Produkt kommen und eben nicht aus Ey, das ist total super und da werden wir ganz reich mit und guck mal, wenn wir das dem verkaufen und der Investor ist gerade so blöd, der macht dann 60er-Multiple, zahlt der auf den, den kann ich auch an Bord holen, der zahlt bei uns auch so eine hohe Bewertung. Das ist halt, das ist auch okay, man kann solche Business machen, aber das interessiert uns gar nicht, sondern uns interessiert, dieses brennt das Team für das Produkt. Das finde ich einen schönen Ansatz. Wie siehst du das jetzt breiter? Wir haben angefangen mit dieser, ich sag mal frechen Frage, Frank Thelen, Deutschlands Elon Musk oder Deutschlands Dieter Bohlen? Wie würdest du das selber beantworten? Ich würde sagen, ich bin der Frank. Ich habe unendlichen Respekt und auch wirklich einer... Dieter Bohlen ist auch ein krasser Typ. Dieter Bohlen ist auch ein krasser Typ. Also ich will nur sagen, ehrlich, sehr viel... Sag gleich was zu. Also Elon ist für mich einfach ein Vorbild und er pusht mich und glücklicherweise auch jetzt Habeck und auch Herbert Diess und so weiter jeden einzelnen Tag, weil er uns zeigt, was möglich ist. Man darf ihn aber nicht kritikfrei einfach so sagen, hey, alles, was sagt, ist richtig. Das tun wir auch nicht. Wir haben auch teilweise andere Meinungen als er und ich auch selber habe ihm persönlicher gegenüber auch schon mal Kritik geäußert, worauf er auch sehr gut reagiert hat. Aber es ist echt krass. Dieter Bohlen ist einfach eine Marke, ein Typ, der es geschafft hat, sich selber... Er ist auch total authentisch und ehrlich. Also ich kenne auch Dieter persönlich und der ist so, wie er ist. Das ist der Dieter. Und das ist, glaube ich, seine Stärke. Dieter mit den Mammuteiern. Ja, genau. Und vor allem, was der hat, der hat nie irgendwie irgendwas davor hängen lassen und sagt halt einfach, wie es ist. Und der ist auch wirklich, der ist so, wie er ist. Aber ich bin auch kein Elon Musk, aber ich bin eher, mich begeistert Technologie und mich begeistern kluge Köpfe und deswegen zum Beispiel könnte ich auch stärker jetzt meinen Entertainment-Bereich, den Dieter ja sehr gut kann, eine Netflix-Serie, noch eine ZDF-Prime-Time-Show oder andere Dinge machen. Dazu habe ich ja die Möglichkeit. Das machen wir aber nicht. Also mein Team arbeitet daran, das irgendwie zu pushen oder zu vermarkten oder aufzubauen. Und wenn solche Anfragen kommen, lehnen wir das ab, sondern wir gucken halt, dass wir mehr Physiker, mehr Chemiker einstellen und immer intelligenter und besser die Dinge verstehen. Deswegen... Und sie auch gut kommunizieren. Das ist unterschätzt. Und ich glaube, dieses Dieter will ich in mir behalten, wenn ich das jetzt mal gleich Kommunikation... Deswegen sprechen wir heute. Ich glaube, das unterschätzen viele Gründer und viele Deutsche. Sonst wärst du unsichtbar. Ja. Und das ist wichtig auch, glaube ich. Das kann ich auch eigentlich. Da habe ich ein gutes Talent zu. Aber es ist nicht das, wo ich jetzt sagen würde, ich will noch mehr. Ich will die Riesenshow. Ich will... Ja, ja. Wo ich auch an einem Tag mit den Dreharbeiten fertig bin. Aber einfach nicht mehr. Also ich finde es gut, über die Dinge zu sprechen, weil du im Endeffekt den Leuten zeigst, hey, hier habt ihr vielleicht ein Zuhause. Also an Gründer, an Leute mit Ideen. Also ich finde daran nichts verwerflich. Ich finde das gut. Und ich finde, das passt auch zu dir. Du erklärst die Sachen einfach und gut und machst sie in einer breiteren Bevölkerungsgruppe zugänglich. Die Welt wird eine immer kompliziertere. Das ist sehr schwierig für Leute mitzukommen auch. Und da denke ich, es ist auch gut, einfach jemanden zu haben, der das gut erklärt. Ich habe hier dann nochmal ein bisschen freche Frage. Wenn wir die Frage einen Schritt weiter gehen. Du bist Deutschlands erfolgreichster LinkedIn-Influencer. Du bist, ich sage mal, in der Geschäftswelt bist du einer der, vielleicht sogar der erfolgreichste Influencer in Deutschland. Denkst du, liegt das daran, weil Frank Thelen so stark ist in dem, was er tut oder liegt das daran, weil Deutschland, was Technologie angeht, noch sehr primitiv unterentwickelt ist? Weil Deutschland so scheiße ist. Also nicht, weil ich so brillant bin. Ehrlich? Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir in der Kommunikation brillant sind. Ich glaube, wir machen das gut. Wir lernen jeden Tag dazu. Auch da zum Beispiel so ein Youness von TikTok oder so, mit dem mal das zu machen und dann zu lernen. Und ich war, ich glaube, immer offen, weißt du, auch jetzt mit dir. TikTok machst du auch? Es läuft stabil. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel, viele Kommunikationsberater, wenn ich jetzt irgendwie so eine PR bin, würden dir sagen, du kannst ja nicht mit dem sprechen, der nimmt ja manchmal Schimpfwort in den Mund oder so. Und ich glaube, das machen wir gut, dass wir einfach offen, ehrlich, vernünftig, transparent das machen. Plus, auch immer besser werden, weil wir einfach lernen und anschauen, ihr macht ja in der nächsten Generation das einfach viel besser als wir und wir schauen uns das ab und gucken und diskutieren mit euren Teams, wie macht ihr denn die Kameras? Ich glaube, das haben wir alles ganz gut gemacht, aber wir machen es ja nicht brillant. Und ich glaube, oder nein, wir sind so gut, weil die anderen so scheiße sind. Guck dir doch mal die deutsche Kommunikation an. Ich feiere dich, das ist ein starker Satz. Ja, aber also wirklich, und wir könnten übrigens viel besser werden, aber es ist aktuell nicht mein Fokus. Wir werden einen Tick besser werden, aber wir werden nicht unendlich gut werden. Ich bin sehr erstaunt, ehrlich, über deine Ehrlichkeit und auch über die Art, also wie reflektiert du bist. Also ich finde, das ist sehr angenehm. Also mal bei aller Kritik und so, das ist etwas, das wünsche ich mir von der Politik, offen zu sprechen, Fehler sich einzugestehen, zu sagen, ey, hier bin ich vielleicht schwach, da kann ich mich verbessern, aber guck mal, hierfür brenne ich das meine Leidenschaft, das will ich machen und ich finde das, das ist menschlich. Ich meine, verstehst du, ich unterhalte mich mit dir als Mensch und nicht, was erzählen wir jetzt irgendwelchen Leuten, die wir alle nicht kennen hinter der Kamera und wie kontrolliert sind wir und das sind ja irgendwie 20 Zwänge, die wir uns auferlegen und können gar kein freies Gespräch haben und ich finde das sehr schade, dass du dich so langsam fühlst, dass du Angst hast, was du sagst, weil Leute das missverstehen könnten oder falsch zusammenschneiden oder bewusst falsch zusammenschneiden. Genau, selbstverständlich. 登録 Ärleg und das ist ein